Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute in dem Koop-Stream von Lisa Niendorf und mir. Hi Daniel, hallo Walla, sehr schön, dass du da bist. Blotschi Kelly ist auch da, sehr schön. Volle Hütte sehe ich gerade, schön. Nervous Nullpointer, ja cool. Ähm, nicht Nina, Lisa. Da können wir gleich mal einsteigen. Weißt du, wie oft ich Nina Nienhaus genannt werde? Nein. Wie oft auch mein Namensschild Nina war. Ich glaube, dass aus Lisa Niendorf ganz viel im Gehirn Nina wird. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin ganz oft Nina. Ah, krass. Ich bin für euch auch Nina, ist total okay. Ich bin auch ganz oft Christina. Liegt vielleicht an den langen Haaren, ja klar. Aber ich kriege ganz oft E-Mails, sehr geehrte Frau Professor Spannagel. Ah, Christina, Christina. Hallo liebe KIs, ja, hi Daniel. Ja, ich habe heute, ich habe heute, weiß nicht, kennt ihr den Podcast Lästerschwestern mit Bob, na, wie heißt er, Rob Blase, Rob Bubble, Rob Bubble, der heißt Rob Blase im Deutschen, Rob Bubble. Die Lästerschwestern, die reden immer über alle möglichen Influencer und so und tauschen sich drüber aus, was so in der Woche passiert ist im Influencer, in Influencer World. Und wir haben heute berichtet, es gibt jetzt mittlerweile Apps, da kann man Live Chats durch KIs simulieren. Also du kannst dann einstellen, wie viele Teilnehmer du im Chat haben willst, 1000, 100.000 und so weiter und das simuliert echt richtig gute Chats. Also am Anfang hast du nur so 100, dann 1000, dann 10.000 Leute, die da chatten und die KIs reagieren tatsächlich auf das, was du sagst. Also er hat ein paar Beispiele gebracht, du sagst irgendwie so, was ist 3 plus 3 und dann kommt im Chat 6, 6, 6, 6, 6 und einer so 7 und so. Und das heißt, die gehen tatsächlich mit KI richtig ab momentan. Was ist 3 plus 3? Ja, los geht's. Nein, wir machen heute kein Mathe-Chat, obwohl wir öfter hier Mathe-Chats haben. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Was heißt hier bitte nicht? Ach Gott, also ich habe mit Mathematik wirklich, ich glaube, wie ganz viele Menschen einfach auch nie schöne Erlebnisse gehabt und bin auch sehr froh, dass ich einigermaßen Statistik verstehe, weil das für mich nicht so mathematisch ist, sondern eher logisch. Ich kann logisch denken, aber sobald es irgendwie so mathematisch, keine Ahnung, so mathematisch logisch, da verzweifle ich dran, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, mit Admiral Wurst hatte ich auch schon über Discord auch geschrieben, als wir dein Gurken-Thema hatten. Das habe ich mit ihm dann klären können, aber bis ich erst mal dazu kam, hat das richtig lange gedauert. Guck mal, hier kommt ja schon die Community, die sonst immer da ist. Squallcry sagt, Mathe macht doch Spaß und Nervous Nullpointer, das kriegen wir zusammen noch hin. Ist doch cool. Also wer immer Bock hat auf, genau, vielleicht mal das andere Mathe-Erlebnis, gerne zu mir in der Discord-Community kommen oder zu uns vielmehr, zu uns. Wir sind da eine richtig lebhafte Community und wir helfen uns gegenseitig. Klar ist Lisa auch auf unserem Discord-Server. Ja, ich bin auch. Du merkst, ich schreibe hier einmal rein gleich, hallo. Du merkst, wir versuchen nicht gleich alle rüberzuziehen auf unsere Seite. Ich bin doch schon auf eurer Seite. Ja, sehr gut. Wobei ich sagen muss, Stochastik ist genau das Teilgebiet Mathematik, das ich am wenigsten mag. Warum? Weil ich es am wenigsten gut verstehe, tatsächlich. Also ich habe da kognitive Schwierigkeiten an vielen Stellen. Ich habe das, also ich habe immer noch, also das ist, oder das bestätigt meine These, dass es da eben diesen großen Gap gibt. Also ich kenne Personen, die entweder genau dieses mathematische Verständnis haben und das fällt ihnen total leicht. Und dann wiederum jene, die dieses statistische Verständnis haben und das fällt ihnen leicht. Ich weiß nicht, welche Synapsen da anders geschaltet sind. Aber ich habe das Gefühl, dass beides kann man auch getrennt betrachten. Und nur weil man Mathe nicht kann, heißt das nicht, dass man Statistik nicht kann und andersrum. Ja, das wäre mal, das führt mich zu wirklich interessanten Forschungsfragen, die man mal untersuchen könnte. Bei der Gelegenheit, wo Forschungsfrage ist, sind unsere Audio-Streams ungefähr gleich laut? Bitte mal kurz Antwort geben, damit wir, wenn wir es zum ersten Mal machen, ich habe das zum ersten Mal bei mir in OBS so eingestellt. Er hat das sehr gut gemacht. Alles super, perfekt, ja super, Wissenschaft, danke, hört sich gut an, alles klar. Daniel 42, Statistik ist, glaube ich, angewandte Mathematik. Ja, könnte man tatsächlich so sagen, ne? Also ein Bereich, oder sagen wir so, die Statistik hat viele Anwendungen. Ja, genau. Perfekt, ja, genau. Sehr schön. Ja, wir sind schon 33. Cool. Kombinatorik, viel flotschig, Herr Lehmann, schwer. Ja, Kombinatorik ist, viele denken, Kombinatorik ist ein Teilgebiet der Stochastik. Das stimmt aber nicht. Kombinatorik ist ein Teilgebiet der Arithmetik, weil es um systematische Zählen geht. Und das braucht man nur in der Stochastik, wenn es um Laplace-Experimente geht und so weiter. Wenn man die Anzahl der Günstigen durch die Anzahl der möglichen Ereignisse berechnen will, braucht man ja Anzahlen. Und wenn man die, oh, guck mal, hier kommt schon die erste Petition, Frau Forschung braucht einen Twitch-Kanal. Frau Forschung hat ja einen Twitch-Kanal, der aber unverständlicherweise natürlich für uns alle stillgelegt ist. Nein, da gibt es natürlich Gründe und so. Also insofern, such mal Lisuta. Genau. Also alle mal Lisuta folgen auf Twitch und ... Genau, also der, also es gab, ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen. Ich glaube, mit Corona habe ich angefangen zu streamen. Und ich habe zuerst ein bisschen gezockt und habe dann manchmal auch so ein paar Talks gemacht, so aufgeklärt, sich aufregen. Unter anderem habe ich da den Bob Blume kennengelernt oder dadurch kennengelernt, weil ich ihn da eingeladen hatte. Ich hatte aber auch zum Beispiel einen Talk mit Finesi. Sie ist eine Transfrau, die sich für Transrechte einsetzt im Social-Media-Bereich. Und aber ganz viel habe ich Coworking gemacht, dadurch, dass wir ja während der Corona-Zeit alle irgendwie so ein bisschen gefangen waren zu Hause und ganz viele nicht alleine arbeiten konnten, ist dieser Kanal mit Coworking, also so ein Coworking-Space durch die Decke gegangen. Also da habe ich innerhalb von einem halben Jahr über 1000 Follower inhalten und ja, habe dann aber gemerkt, ich wollte immer mehr meinen universitären Kontext mit einbinden, konnte das aber auf Twitch nicht so wirklich und habe mich dann auf TikTok versucht und von TikTok dann auf Instagram und bin gerade bei Insta mehr hängen geblieben. Aber also ich zocke immer noch ganz viel, muss aber gestehen, ich finde nichts so gemütlich wie Konsolen zocken auf der Couch. Weil am PC streamen würde bedeuten, ich müsste halt immer am PC sitzen und ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und ich kriege es nicht hin, das dann auch noch mit meinem positiven Freizeitbums zu verknüpfen. Weißt, ich habe dann einfach auch Bock vom Schreibtisch wegzugehen und nicht nochmal am Schreibtisch und dann noch zu zocken. Da habe ich dann immer Lust auf zocken auf der Couch, aber ich kann uns meiner Frau nicht antun, nach oben zu gehen und das gesamte Streaming-Setup auf die Couch zu verlagern. Och. Genau, soviel kurz zum Abriss. Das heißt, ich bin sehr vertraut mit Twitch und liebe das Medium. Viele meiner Freunde sind auch immer noch da und streamen auch noch und ja, finde das ein tolles Medium. Ich habe darüber tatsächlich einer meiner besten Freunde kennengelernt. Also ich finde es einfach wahnsinnig toll, wie Twitch Menschen, fremde Menschen zusammenbringen kann. Wie auch hier jetzt gerade auf deinem Kanal, Christian. Ja, geht mir genauso, ja. Ich wollte gerade sagen, du musst ja das Streaming-Set nicht zur Couch tragen, du kannst ja auch die Couch zum Streaming-Set tragen. Ich habe auch schon überlegt, aber dann bräuchte ich hier eigentlich, ja. Ja, stell dir eine Couch ins Zimmer rein, ne? Wäre schon ganz geil. Und eine Konsole, ja. Na, die Konsolen, die sind ja alle, wie man das sieht. Ne, sieht man nicht so wirklich, aber die sind alle da. Ja, man kann es ja erahnen, okay. Da sind sie ja schon am richtigen Platz, du brauchst also nur die Couch hier oben. Korrekt. Hm, okay. Kipptut, Gamecube, ja, okay. Gameboy-Color. Mhm. Da bin ich wieder. So. So, ja, wir haben ja eigentlich ein Thema heute, ne? Du, wahrscheinlich machen wir auch einfach einen Gaming-Stream draus, ne? Ja, können wir auch machen, klar. Und keinen mehr am Stream gerade. Ja. Atari 2600, Flottschi Kelly, okay. Ähm, wenn du mit solchen Kalibern kommst, dann werfe ich mal C64 ins Feld. Ja, du, tatsächlich war, ähm, die Nintendo 64 mein, äh, also mein, mein Geschenk meiner Eltern zu meiner Einschulung. Ja. Ähm, das heißt, ähm, damit ist dann meine Zockerleidenschaft damals geboren. Also mit der, mit dem N64 und dem Spiel Ocarina of Time von Legend of Zelda. Und seitdem bin ich, also wenn wir uns das Ganze soziologisch betrachten, ähm, sehr erwartungswidrig in meinem akademischen Verlauf, weil ich kaum Bücher gelesen habe. Ich war kaum in Museen. Ich habe keine Gymnasalempfehlung erhalten. Ich habe eigentlich Animes geguckt, Mangas gelesen und gezockt. Du hast die beste Zeit deines Lebens gehabt, oder? Ja, aber es ist eigentlich kein unbedingt akademischer Habitus. Ähm, ja, und trotzdem hat es am Ende gereicht. Ja, cool. Das war gerade ein bisschen witzig, weil ich habe nicht N64 gesagt, sondern C64. Witzig? Ja, das ist witzig. Ja, genau. Du warst es an C64? Ach, ja, geil. Du weißt nicht, was C64 ist? Okay. Das heißt, du bist tatsächlich eine, eine Generation erheblich jünger, ja. Commodore 64. Das war der, ein, könnte man sagen, Gaming-Computer, ne? Aus den, ähm, aus den 80ern. Und ich war sehr neidisch auf meine MitschülerInnen, die alle einen C64. C64 hatten, weil ich hatte damals so einen schnösen IBM-PC da stehen, der, ähm, da gab's ja auch Spiele drauf und so weiter, aber der C64 war schon viel cooler. Und der Atari 2600, der war auch cool damals. Und andere, einige hatten einen Amiga gehabt. Nein, gibt's alles nicht mehr. Amiga kenne ich auch noch. Ja, okay. Also, nur vom Hören. Ja, okay. Das war damals mein Traum, ja, mein Traum, ja. Wie alt bist du denn, Christian? Ich geh mal so unter uns. Ja, ich bin, äh, ich muss nachrechnen, ich bin 47 jetzt, ja. Insofern. Okay, nee. Ja, okay. Nee, dann sind wir wirklich ein bisschen, also ich bin 32. Ich glaube, da kommt dann schon zumindestens dann der Gap. Du bist die nächste Generation, Generation Y wahrscheinlich, ne? Hast du mal geguckt, was du bist? Ich bin noch Millennial. Ah, was heißt noch? Du, ah, okay, warte mal. Nee. Warte mal. Millennials ist doch von, warte mal. Wir hatten das neulich mal gegoogelt hier im, äh, im Stream mit den ganzen Generations. Also ich war ja froh, kein Boomer zu sein, ne? Weil ich dachte immer, ich bin ein Boomer. Bin ich aber nicht, dafür bin ich zu spät geboren tatsächlich. Ich bin Generation X. Ja, genau. Warte mal, wann bist du geboren? Von welchem? Ah, Generation Y ist Millennials. Das war mir immer nicht klar. Genau, bis 95. Ich dachte, die werden nochmal getrennt. Ja, und dann gibt's die Zoomers, Generation Z. Nee, ich bin, ich bin 91 geboren, insofern deutlich Y. Ja, okay, deutlich Y, genau. Ich bin gerade noch X. Aber ich meine, fast schon Y. Also so dicht bin ich auch nicht weg, ne? Ich bin, ich bin mehr Y als Boomer. Ja, ich finde auch, du bist, du bist wenig boomighaft. Danke, danke. Oh, gerade hast du mich weggeklickt, oder war ich da? Das ist interessant. Nein, nein, ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kommt. Ich muss jetzt nochmal in, äh, ich muss nochmal in, ich darf das Fenster nicht wechseln, habe ich gerade festgestellt. Sobald ich das mache, geht dein Fenster aus Discord weg, komischerweise. Hast du das mit dieser Pinnnadel angepillt? Komisch, okay. Ja, dann versuch das irgendwie auch. Genau, ich, genau, ich gehe in kein anderes Fenster mehr rein. Oder jetzt im Chat geht's gerade ab, genau, ich könnte dein Vater sein. Ich bin dein Vater, ja, genau. Ähm, 76 bin ich geboren, ja, 76. Schneider CPC, ach du Scheiße, ja, genau. Mit grünem Monitor und Kassettenlaufwerk, oh, da kommen einige Leute ins Schwärmen, ne? Logic Keller hat diverse Retro-Rechner hier, der sammelt die, der oder die, weiß gar nicht genau, ja. Ja, cool. PET 2001, kenne ich nicht. Klingt aber auch sehr interessant. Wissenschaft hat auch einen Amiga gehabt, ja. Okay. Christian, ich bin nämlich sehr gespannt, wie du gleich deine Moderationsfähigkeiten einsetzt, um von dieser Thematik zum Lehramt zu kommen. Oh, du willst, dass ich, dass ich einen Übergang mache, einen guten Übergang? Da bin ich sehr gespannt, ja. Mist, und Aluigi hat ja auch schon einen Übergang gegeben. Ja, wann habe ich mit meiner Lehrtätigkeit an der PH angefangen? Du hast auf, dann machen wir es mal so, dann nehmen wir doch das mal als Auffänger und ich fange mal an, jetzt, weil die Frage kam, mich vorzustellen und dann würdest du dich, oder machen wir doch lieber, dass du dich, du beginnst und ich, du bist ja der Gast hier, die Gästin. Insofern kannst du. Die Gästin? Genau, anfangen. Und dann beantworte ich die Frage von Aluigi. Sehr gerne. Ich bin, ich überlege gerade, wo ich anfange, aber ich würde sagen, ich fange nach meinem Masterabschluss an. Ich bin studierte Bildungsforscherin, studiert an der Uni Potsdam und bin seit 2018 an der Humboldt-Uni in Berlin und habe dort zuerst meine Promotion angefangen und war aber immer Vollzeit tätig in der Lehramtsausbildung und habe dann 21 meine unbefristete Stelle bekommen als sogenannte Lehrkraft für besondere Aufgaben. Vorher war es ja immer so eine Art Qualifikationsstelle, das heißt, ich war nicht 100 Prozent in der Lehre drin, meistens immer nur so ein oder zwei Lehrveranstaltungen. Das hat sich jetzt aber mit dem Wechsel zur neuen Stelle 21 komplett geändert, weil ich plötzlich 12 oder 14 SWS, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube 14 SWS bei 100 Prozent und ich habe 75 Prozent, deswegen 12 SWS, macht also sechs Lehrveranstaltungen pro Woche und bin also jedes Semester mit ungefähr 150 bis 200 Lehramtsstudierenden konfrontiert und begleite die bei ihren individuellen Forschungsprojekten. Die sind nämlich bei mir sowohl im Bachelor als auch im Master in ihren Praxisphasen. Die müssen ja so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln, um auch zu schauen, neben dem ganzen Unibums ist es auch wirklich das, was mir Spaß macht in der Praxis mit den Kindern, mit den anderen KollegInnen und begleite die dann in diesen Praxisphasen. Die müssen dann nämlich auch noch forschen und eigene Forschungsuntersuchungen machen, eigene Forschungsprojekte und daraufhin mit, also in diesem ganzen Kosmos, mit diesen ganzen vielen Studierenden ist dann auch die Idee entwachsen, dass ich mal darüber so einen Instagram-Kanal mache und vor allen Dingen, ich habe angefangen mit wissenschaftlichen Arbeiten, weil ich immer wieder diese Berichte gelesen habe von meinen Studierenden und wahnsinnig geworden bin, wie wenig wissenschaftlich oder wie wenig Kenntnisse sie hatten im wissenschaftlichen Arbeiten, gerade im Master und habe dann angefangen auf Instagram so ein paar Tipps zu geben, wie zitiert man richtig, wie schreibt man eine gute Einleitung und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen größer geworden und jetzt mache ich so ein bisschen Uni-Alltag und versuche, die Lehrkräftebildung in den Blick zu nehmen, aber bin vorrangig eine Stimme für die Studierende, weil ich der Meinung bin, dass die aktuell keine Lobby haben, zu wenig gesehen werden, sowohl medial als auch in der Gesellschaft und umso schöner finde ich es, dass wir hier jetzt gerade vor allen Dingen auch die Lehramtsstudierenden mit in den Blick nehmen, weil ich finde, die sind gerade, mit Blick auf die Studierenden, echt welche, die gerade richtig, richtig, weiß ich nicht, ich, struggeln und die gerade echt viel aushalten müssen, ständig wird irgendwas geändert, ständig müssen sie irgendwie struggeln mit verschiedenen Neuerungen in ihrem Uni-Betrieb, mit den verschiedenen Dozierenden, also können wir gleich mal weiter ausführen, aber so grob ist mein Werdegang gewesen und warum wir am Ende jetzt hierher zusammengekommen sind, weil ohne mein Insta hätten Christian und ich uns nicht kennengelernt und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt hier zusammen sind. So viel erst mal. Ja cool, aber wir kommen gleich zwei Rückfragen dazu, genau, weil bei so vielen Studierenden individuelle Betreuung von Forschungsprojekten zu machen, ist hart, oder? Ich meine, wie kriegst du das hin? Meine Güte. Ein Hoch auf meinen ADHS tatsächlich. Also das funktioniert damit ganz gut. Ich habe dafür einfach ein Händchen. Also ich kann mich relativ schnell und zügig in neue Sachverhalte reindenken. Das liegt mir einfach, das kann ich gut und kann dazu eigentlich nur sagen, das ist etwas, was mir gut liegt, wo ich wenig Kapazitäten habe. Aber manchmal ist es schon sehr anstrengend, wenn ich zum Beispiel Individualbetreuung habe, so drei Tage hintereinander weg und wo ich dann jeden Tag um die, weiß ich nicht, zehn, zwölf Gespräche habe. Also 15 Minuten lang ein Thema, 15 Minuten lang ein anderer Student, 15 Minuten lang wieder eine andere Studente mit einem neuen Thema. Da muss ich sagen, da bin ich dann am Abend zunächst mal zu gebrauchen und falle auf der Couch um, weil das dann schon ganz schön anstrengend ist. Aber ansonsten habe ich viel Freude daran. Ich glaube auch, weil das so deren Persönlichkeit rausmacht. Also ich kann die wirklich begleiten. Ich finde das so schön. Die kommen zu dir und du siehst, wie die wachsen, wie zuerst das Thema so sich entwickelt und dann merkst du, hey, die lesen sich ein, die haben Interesse daran. Dann gehen die ins Feld, dann forschen die, dann merken die, dass das, was sie eigentlich geplant hatten, gar nicht mehr so gut funktioniert. Und dann fängt so eine kognitive Dissonanz an und dann rattern sie und dann überlegen sie, wie hätte ich es besser machen können. Und die bei diesem Prozess zu begleiten, das erfüllt mich irgendwie. Also nee, es macht richtig Spaß. Und das ist krass bei so vielen. Also sich dann so viel da reinzufühlen und mitzufiebern und sich zu freuen, wenn jemand irgendwie einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Krass. Ja, finde ich super. Und meine zweite Frage, die mir gekommen war, war echt, du warst zuerst auf TikTok und dann auf Instagram. Das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Weg, oder? Tatsächlich ja. Also ich hatte, also das Hauptproblem, glaube ich, damals für mich war, auf TikTok konnte ich noch anonym sein. Auf Instagram war ich zwar auch zum Teil, aber das hat nicht so gut funktioniert. Und Instagram habe ich dann viel stärker erst gemacht, als ich mich dann dazu durchgerungen habe, auch meine Uni-Affiliation mit anzugeben und halt auch mich als Klarnamen darzustellen. Bei TikTok hat es gut funktioniert mit so einem Frau-Forschung. Das ging gut durch die Decke. Instagram hat so nicht funktioniert. Da habe ich gemerkt, da habe ich nicht viele Views. Ich habe wenig Follower in, das hat nicht so gut funktioniert. Also habe ich mich dann eher auf TikTok gestürzt. Genau. Und dann aber mit dem Mutigsein, dass ich da jetzt mit Klarnamen reingehe, ja, dann hat es auch funktioniert. War aber ein langer Prozess. Weil, also ich finde, das unterschätzen immer viele. Aber wenn man jetzt weiß, wer ich bin, wenn man weiß, wo ich arbeite, dann hat man meine Uni-Mail-Adresse. Das geht ja bestimmt auch so, Christian. Man weiß, wo ich lehre, man weiß, wann ich lehre, in welchen Seminarräumen, wann ich meine Sprechstunden habe. Also ich finde das schon, gerade als Frau, muss man sich einfach damit auseinandersetzen, welche Folgen könnte das haben. Also ich glaube, Männer sind dann an einigen Stellen noch ein bisschen privilegierter, weil ihr ein bisschen weniger vielleicht sexuelles Stalking so mit Blick gehabt oder so fanatische Sachen. Ich glaube, da sind Frauen manchmal schon ein bisschen anfälliger für. Genau. Da habe ich also ein bisschen länger gehadert mit mir, ob ich mich das traue. Ah ja, interessant. Nee, ja klar. Also ich glaube jetzt, also ich hatte diese Frage nicht für mich. und das mag vielleicht wirklich auch dann ein Gender-Unterschied sein. Ja. Ja. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, das merke ich zum Beispiel auch bei Simon, hier Maja Vieracker, der Fußballlingo ist, wenn er und ich fast den gleichen Content machen, haut bei mir voll der Mathilda-Effekt rein. Also mir wird meine Kompetenz abgesprochen. Meine Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt und er wird gefeiert dafür. Und da merke ich halt auch, A, kickt da einerseits so einen Titel-Effekt rein, so Professor und ich nichts und dazu noch Frau und dann hast du so ein bisschen ja, kumulierte Benachteiligungseffekte geführt. Ja, genau. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, obwohl es mich natürlich nicht persönlich betrifft, aber naja, das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Problem. Ja, ja. Es gibt schon jede Menge Fragen hier. Ja, ich bin auch gerade jetzt am Chat. Hi, die beiden. Genau, ja, ich habe schon mitgeschrieben. Uwe Münch, danke fürs Folgen. Freut mich. Herzlich willkommen. Bis da, sehr schön. Hi. Ich muss mich noch vorstellen, ne? Vorhin wurde gefragt, seit wann ich, seit wann ich an der PH lehre? Also ich bin ja Professor für Mathematik und Informatik, Didaktik an der Pädagogischen Schule in Heidelberg. Ich habe eigentlich Informatik studiert, bin Informatiker und habe dann an der PH in Ludwigsburg in der, ja könnte man sagen, Informatik, Didaktik promoviert und war da, wo Ludwigsburg liegt, bei Stuttgart. Ah. Im Schwabeländle liegt Stuttgart. Ja, klar, genau. Da bin ich voll nach Schwaben, ne? Aus Hessen nach Schwaben. Und dann, genau, habe ich da promoviert. Da habe ich, dann habe ich angefangen, überlegen, 2001, glaube ich. Und wann war ich fertig? 2005, 2006 so. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Fertig mit der Promotion. Während der Promotion habe ich ja schon angefangen, Lehrveranstaltungen auszubringen. Das heißt, ich bin seit 2001 circa, nee, warte mal, 2001 war das nicht, 2003. Ah, schlecht im Rechnen. 2003 muss es gewesen sein. Ja gut, also um die 2000 darum, da habe ich angefangen, Lehrveranstaltungen zu geben im Lehramt. Und Professor für Mathematik und Informatik, die da geht, bin ich jetzt seit 2010, 11. Also auch schon seit, oh Gott, 12 Jahren oder so, 13 Jahren. Heidelberg liegt bei Stuttgart, Violent Voices. Naja, okay, da sollten wir aber doch mal einen Geografiekurs machen hier. Aber das heißt, du, also, dann bist du wirklich schon sehr, sehr lange im akademischen Betrieb. Und vor allen Dingen, finde ich auch, ist erstaunlich, also, dass du auch schon so lange Professor bist, also, da geht mir zum Beispiel gerade durch den Kopf, hast du immer noch Spaß an dem bürokratischen System der Hochschule oder überhaupt von Universität und Hochschule? Oder, also, gewöhnt man sich daran? Wird das immer schlimmer? Also, das ist irgendwie das, was ich so im Laufe der Jahre irgendwie merke, dass ich immer dünner werde, was so bestimmte bürokratische Prozesse und Organisationsabläufe angeht. Also, sag doch mal, gewöhnt man sich daran? Ist das besser oder eher nicht so? Sagen wir mal so, ich bin froh, jetzt wieder einfach in meinem normalen Professorenamt zu sein und die ganz normale Bürokratie zu haben. Ich war sieben Jahre lang Pro-Rektor bei uns an der Hochschule für Forschung, Transfer und Digitalisierung. und da habe ich sieben Jahre die geballte Bürokratie sozusagen an der Backe gehabt. Das war ein interessanter Job, ne? Aber ich habe sozusagen selbst Satzungen schreiben dürfen und solche Geschichten. Also, das ist sehr spannend, das mal von der Seite zu sehen, also die Bürokratie von der Bürokratie-Seite zu sehen. Das war sozusagen was Spannendes daran. Und jetzt kenne ich sozusagen, weiß, wie der Laden dahinter läuft und habe auch vollstes Verständnis teilweise für bestimmte Notwendigkeiten. Also, wenn man diese Dinge nicht kennt, dann fragt man sich manchmal auch, oh Mann, wollen die uns wieder ärgern und so weiter? Aber viele kennen dann zum Beispiel das Landeshochschulgesetz nicht oder die gesetzlichen Grundlagen und warum das eine Notwendigkeit ist und so weiter. Also, ich habe in dem Job als Pro-Rektor wirklich auch gelernt, das System zu verstehen. Und natürlich ist es aber auch so, dass an vielen Stellen die Bürokratie übertrieben wird. Und was mich zum Beispiel ärgert ist, während Corona ging vieles digital. Da hatte man irgendwie, ja, okay, dann diesen Antrag digital, jenen Antrag digital, kein Problem, konnte man alles digital schicken. Und ich nehme jetzt schon wahr, dass bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr digital gehen. Die müssen dann original unterschrieben auf Papier per Hauspost rübergeschickt werden. Und man fragt sich, warum das denn? Also, das ist echt wirklich übertrieben manchmal. Also, ich wünsche mir eine digitalere Verwaltung, weil das doch einiges erleichtert aus meiner Sicht. Ja, ja, absolut. Ich glaube, also, ich glaube, mal diesen Bürokratie- und Organisationsaspekt könnten wir nachher auch noch mal aufnehmen, wenn es konkret ums Lehramtsstudium geht. Als ich mich nämlich vorhin fertig gemacht habe, habe ich noch mal darüber nachgedacht, dass ganz oft Probleme auch hausgemacht sind. Gerade, finde ich, mit Blick auch auf die Kommunikation zwischen Erziehungswissenschaften, Fachdidaktiken, Fachwissenschaften. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass wir, also ich glaube fest daran, dass wir immer nach bestem Gewissen und Gewissen arbeiten. Aber oftmals die Strukturen manchmal so undurchsichtig sind und man gar nicht weiß, in welchen Gremiensitzungen ist man jetzt eigentlich, um sich miteinander zu vernetzen, damit zum Beispiel die ganze Verzahnung zwischen diesen drei Bereichen im Lehramtsstudium besser einfach auch für die Studierenden zusammenpasst, dass das manchmal vom System her ausgedribbelt wird. Und das stört mich manchmal auch, dass, wenn man sich mal richtig in der Wirtschaft anguckt, wie das funktioniert, da haben wir ja so richtig Leute, die sowas wie Programmmanagement studiert haben, Marketing, HR, Personalmanagement. Und die sind ja in den Abteilungen drin. Und bei uns machen das ja meistens Promovierte, die das ja noch als Zusatzaufgabe dazu machen. Und die arbeiten sich da rein und die versuchen das so großartig wie möglich zu machen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn du dafür nicht ausgebildet bist und das nicht studiert hast. Aber die machen das. Das heißt, wir haben so eine Pseudo-Organisation, die irgendwie versucht, so zu sein wie in der Wirtschaft, aber eigentlich gar nicht lernen kann, weil, finde ich, die Instanzen dafür nicht da sind. Also, verstehst du, was ich meine mit meinem Gedankengang? Das finde ich manchmal so zermürbend. Ja, absolut. Wir sind für so vieles nicht ausgebildet. Also richtig ausgebildet sind wir fürs Forschen. Ja. Nicht für die Verwaltung, nicht fürs Management, nicht fürs Führen. Also ich habe dann irgendwann als Projekte, hatte ich, keine Ahnung, circa 50 Leute in meinen Abteilungen gehabt. So. Aber bin ich jemals ausgebildet worden? Was ist, was im Bereich Leadership oder so? Nee, null. So, das heißt, dann wirst du einfach ins kalte Wasser geworfen. Und für Lehre sind die wenigsten ausgebildet. Also es gibt manche, die natürlich irgendwelche hochschuldidaktischen Weiterbildungen gemacht haben und so weiter, aber so richtig ausgebildet ist da eigentlich auch niemand. Und trotzdem macht, und für Transfer noch weniger, Wissenschaftskommunikation. Kein Mensch ist ausgebildet im Bereich Wissenschaftskommunikation. Ja. Aber all diese Dinge müssen wir trotzdem machen. Also auch sinnvollerweise machen. Das ist jetzt so. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir in all diesen Dingen ausgebildet werden würden. Aber das passiert natürlich nicht. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Ich wollte noch kurz bei, hätte du dir noch gern wissen, ab wann, also wann kam der, oder die zündende Idee, ey, ich mache das jetzt hier mit YouTube und ich mache das jetzt hier mit Wissenschaftskommunikation. Also da muss ja irgendwie so ein Tipping-Point gewesen sein, oder? Wo du gesagt hast, ey, jetzt habe ich den Mut, ich gehe das an. Oder hattest du da Support von außen? Hattest du da jemanden, der dich angestubst hat? Oder war das so rein intrinsisch, weil du schon immer so ein Freigeist bist? Das mit dem nach draußen gehen war, ich muss kurz nachdenken, der Aufhänger damals war das Web 2.0. So hieß das damals. Als Weblogs und Wikis und Social Bookmarking, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, diese Dinge aufkamen und ich begeistert war von den Interaktionsmöglichkeiten. Und damals habe ich angefangen zu bloggen und habe angefangen, Wikis zu nutzen und bin mit meinen Studis, damals habe ich auch Veranstaltungen im Bereich Informatik gemacht und digitale Medien und so weiter und habe dann ein Seminar gemacht zum Thema Web 2.0 in der Lehre. Da sind dann Studis gekommen und das war ein richtig krasses, geiles Seminar, weil wir sind in die Öffentlichkeit mit den Inhalten gegangen. Alle Studis haben angefangen zu bloggen. Wir haben irgendwie mit Leuten da draußen sozusagen kommuniziert, haben also die Lehrveranstaltung geöffnet. Und das hat eine Dynamik damals entwickelt, an die ich immer noch unglaublich gern zurückdenke. Damals war es nämlich so, wir sind dann auf Jean-Paul Mateur gestoßen, Französisch Didaktiker, der Lernen durch Lehren entwickelt hat. Da haben wir gesagt, okay, cool, wir wollen mit dem Seminar da mal hinfahren und mal gucken, wie der seinen Unterricht macht. Damals hat sich Lutz Berger gemeldet, ein E-Learning-Produzent, der gesagt hat, er kommt mit und filmt das Ganze. Dann haben wir das Ganze gefilmt, auf YouTube gestellt. Daraus ist eine irre Dynamik entstanden. Damals gab es auch die Edu-Camps. Damals war das erste Edu-Camp. Wir waren auf dem ersten Edu-Camp und haben dort uns vernetzt und angefangen zu twittern und so und haben dann so ein Netzwerk aufgebaut. Und damals entstand die Idee, wir machen eine Bildungsexpedition durch Deutschland. Dann sind die Studis und ich haben uns einen VW-Bus von der Hochschule gemietet und sind zehn Tage lang durch Deutschland gefahren und haben vorher gesammelt irgendwie übers Netz, wo wir hinfahren sollen. Da sind dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Vorschläge eingegangen. Da haben wir uns ein paar rausgesucht und sind dann von Stuttgart über Köln nach Hamburg, Berlin komplett durch und haben dann von dort gestreamt, damals tatsächlich, gestreamt. Auf YouTube, glaube ich, haben wir damals gestreamt. Und das Ganze mit einem Twitter-Back-Channel und so. Also das war schon früh, ich weiß gar nicht wann. Das war 2000, ich muss lügen, keine Ahnung, zehn, neun, zehn oder so. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme für öffentliche Wissenschaft, Open Science. Das fand ich immer schon sehr geil und habe damals mit Oliver Tacke viel gemacht, haben uns überlegt, wir können öffentliche Wissenschaft machen. Wir haben dann Artikel im Wiki geschrieben und haben dann die Feedbacks der Reviewer online gestellt und haben dann mit den Leuten diskutiert, wie wir das besser überarbeiten können, den Artikel und so weiter. Und seitdem liebe ich das. Und Twitch ist jetzt meine neueste Leidenschaft geworden eigentlich, weil, vielleicht kann ich jetzt auch kurz sagen, warum mache ich Twitch? Weil, also ich habe ja YouTube, klar, da kann man schön Videos drauf tun, wo man irgendwas vorrechnet, sage ich mal. Und da können Leute auch kommentieren, da kann man Asukron natürlich auch darüber sich austauschen. Was ich aber eigentlich will, ist mit Menschen Mathematik machen, gemeinsam, kollaborativ, Matheaufgaben lösen. Und genau das machen wir in meinen Mathestreams. Da sind wir in einer Gruppe von 30, 40 und dann gibt es eine Aufgabe und dann geht es, hey, ja, okay, wir hatten eine Idee. Und dann kommen die ersten Ideen und dann versuchen wir, die Aufgabe zu lösen und machen das gemeinsam. Und das ist für mich auch der Kern von öffentlicher Wissenschaft, nicht das unidirektionale Wissenschaftskommunikationsding. Ich meine, das ist auch wichtig, dass wir wissenschaftliches Wissen allgemein verständlich irgendwie aufbereiten und so, keine Frage. Aber was mich reizt, ist insbesondere den bidirektionalen, partizipativen Austausch mit Menschen außerhalb der Hochschule. Und ich glaube, dir geht es ähnlich, oder? Ja, das ist richtig schön. Also man hat gerade, also ich habe gerade so richtig, richtig Leidenschaft eigentlich gespürt, als du gerade erzählt hast. Du hast gerade so richtig aus dem Herzen gesprochen und ich liebe das, wenn Menschen das machen können, was sie auch beflügelt. Und ja, da hat man gerade total gemerkt, dass du richtig viel Freude dabei hast. Und das ist richtig, also du gehst da echt drin auf. Und es ist immer so schön zu sehen, wenn das Menschen gefunden haben, das, worin sie auch gehen können. Richtig schön, Christian. Ah, es freut mich. Das macht mich gerade sehr glücklich. Sehr schön. Freut mich, dass ich dich glücklich gemacht habe. Ach, schön, cool. Ja, es sind zahlreiche Kommentare eingegangen. Ich habe versucht, mitzuschreiben. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben schon. Gibt es Socials von Lisa natürlich. Ah, Nervis hilft schon. Cool. Nervis hat schon den Lisa-Command in den Chat gepostet. Danke, dass du hilfst. Das ist natürlich großartig. Genau. Sollen wir mit den ersten Fragen anfangen? Wie im Chat einging? Ja, also gerade sehe ich so mehrere Fragen zum Thema Wissenschaftsargument im Sinne von warum brauchen wir überhaupt Wissenschaft im Lehramtsstudium? Also wissenschaftliche Anteile. Dann, genau, sehe ich so Fragen, wie wir so an die Professoren, also ich bin ja keine Professorin, Leute. Also nur Christian ist hier Professor. Aber wie wir so an die Stellen gekommen sind, ob das immer schon so unser Plan war. Aber mit Blick auf Lehramtsausbildung hier auch nochmal, wie absurd das ist, dass wir in der Schule darauf bestehen, Lehrende auszubilden. Aber sobald wir in der Hochschule sind, wo die Themen weitaus komplexer sind, da ist das egal. Ja, stimmt. Das ist absurd. Das ist vollkommen absurd. Und welche Fragen hast du dir noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie forscht man denn in den Bildungswissenschaften? Das hat Nervis vorhin gefragt. Ah ja, ja. Guter Punkt. Und dann wurde so diskutiert, in Österreich hat versagt das Lehramt, hat Kili da mal gesagt, irgendwo oben. Und er hofft, dass Deutschland besser läuft. Und Nervis hat gesagt, das ist ja ein Witz, in Deutschland läuft es auch nicht besser und so. Also wie läuft es eigentlich gerade im Lärm momentan so insgesamt? Das war eine Frage. Vielleicht passt auch ganz gut mit der Wissenschaft, oder? Also warum ist das Studium, warum muss das Studium wissenschaftlich sein? Und das ist ja auch in den Kontext gestellt worden zum dualen Studium, was jetzt in vielen Bundesländern auch diskutiert wird. Absolut. Da weiß ich gar nicht, Christian, wie du dazu stehst. Also ich bin ja pro wissenschaftliche Anteile im Studium. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Natürlich. Also das Lehramtsstudium muss ein akademisches Studium sein, weil LehrerInnen immer auch ExpertInnen in ihren Fächern sein müssen. Und weil sie sich auskennen müssen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Ergebnissen und Möglichkeiten der wissenschaftlichen Beforschung von Lehr- und Lernprozessen. Sie müssen in der Lehramtspsychologie sich zu Hause fühlen, in der Pädagogik, also Erziehungswissenschaft, in der Soziologie, also in den allgemeinen Bildungswissenschaften und in ihren jeweiligen Fächern und Fachdidaktiken. Und das zeigt auch vielleicht eines der Probleme. Sie müssen sich in all diesen Bereichen auskennen. Das Lehramt wird ja immer gerne belächelt von einigen. Das ist nur ein Lehramtsstudium. In Wirklichkeit ist das aber ein richtig komplexes Studium. Ich habe nur Informatik studiert. Ich habe mich die ganze Zeit mit Informatik beschäftigt. Ich musste noch ein Nebenfach machen. Psychologie habe ich gemacht. Aber das war ein Nebenfach. Aber im Wesentlichen habe ich Informatik gemacht. Lehrerinnen und Lehrer, zukünftige, die müssen in der Regel zwei Fächer studieren. Davon das Fach und die Fachdidaktik plus allgemeine Bildungswissenschaften plus die Praxisanteile im Studium plus anschließend Referendariat machen. Also das ist richtig harter Tobak. Ich finde es gerade schön, Christian, dass wir da auch auf einer Wellenlänge sind. Ich höre das ja. Ihr wisst, 150 bis 200 Studierende jedes Semester. Das heißt, diese Frage höre ich ja nicht zum ersten Mal. Warum muss ich jetzt hier auch noch so wissenschaftlich unterwegs sein? Und ich versuche das immer so plastisch zu machen, dass ihr erstens euch bitte einmal jetzt vorstellt oder ihr denkt jetzt mal an die schlimmste Lehrkraft, die ihr früher hattet. Und diese Lehrkraft hat sehr wahrscheinlich sich nicht reflektiert, ist sehr wahrscheinlich nicht mal ein Stück zurückgetreten von ihrem Bauchgefühl und hat mal reflexiv auf ihre pädagogische Praxis geschaut, hat mal ihre Methoden an den aktuellen Status quo der Forschung angelehnt. Und der zweite Punkt, den ich dann sage, ist, das Hauptproblem, was wir zum Beispiel haben, wenn wir nur immer rein Praxisbezug haben, ist, dass wir dann eine immer wieder Reproduzierung haben oder anders. Ihr kommt aus der Schule und habt Erwartungen an Schule. Ihr habt bestimmte Normen, ihr habt Ideen, wie Schule funktioniert, ihr habt eigene Erfahrungen gesammelt, Gefühle, Erlebnisse. Und wenn jetzt nicht hier so ein Cut ist und das Ganze mal sich wissenschaftlich angesehen wird, wissenschaftlich betrachtet wird, reflexiv mal auf all das geguckt wird, dann hättet ihr das Problem, dass ihr genau das, wie ihr Schule erlebt habt, sehr wahrscheinlich einfach neu reproduziert, wenn ihr in die Schule reingeht. Und da versucht ja gerade Wissenschaft da den Cut zu machen, dass Wissenschaft objektiv, transparent, reproduzierbar, dass es eben genau hier versucht, das zu lösen, damit Schule sich wirklich weiterentwickeln kann und wir nicht wieder die immer wieder schlechten Lehrkräfte aufs Neue im System haben. Und deswegen finde ich wissenschaftliches Arbeiten und auch diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Lehramt oder mit den Lehramtsthemen eben auch so super wichtig. Ich finde, es geht nicht gar nicht darum, Studierende jetzt zu den krassen WissenschaftlerInnen auszubilden, sondern es geht darum, denen ein Reflexionsvermögen an die Hand zu geben, um sich mit einem Thema auszukennen, ohne sich nur auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Weil dann wird man leider zu einer schlechten Lehrkraft, meines Erachtens, wenn man nur wirklich etwas so macht, wie man es schon immer getan hat. Und da meine ich jetzt nicht schlecht im Sinne, also nicht normativ wertend, sondern mit Blick eben darauf, die Kinder wirklich bestmöglich zu fördern. Es wird gerade kommentiert, dass die Anteile vielleicht unausgewogen sind zwischen Praxis und Theorie im Studium, also zu viel Theorie. Ich meine, man muss dazu sagen, es gibt natürlich das Referendariat, also eine längere Phase der Lernprozesse in der Praxis. Insofern kann man argumentieren, dass es okay ist, dass im Studium auch die Theorie und die Auseinandersetzung mit akademischen Inhalten den Schwerpunkt hat. Es wird gerade auch diskutiert, in vielen Stellen das duale Studium einzuführen. Also ich sage jetzt mal 50-50-Theorie-Praxis, irgendwo im Studium so zu arrangieren und dann auch kein Referendariat zu haben unter Umständen, sondern eben ein duales Studium, so wie es auch schon vielfach in Deutschland praktiziert wird. Zum Beispiel an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg gibt es viele duale Studiengänge, wo die Studierenden, ich weiß gar nicht so genau, aber ein halbes Jahr halt in der Schule, nicht in der Schule, im Betrieb sind, im Unternehmen und ein halbes Jahr an der Hochschule oder drei Monate, drei Monate, drei Monate, drei Monate oder so. Da gibt es irgend so einen Modus. Sowas könnte man sich auch fürs Lehramt vorstellen, oder? Was meinst du? Ja. Ja, also ich habe da aber immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit Blick auf Betreuung und Personal. Ich weiß einfach schlichtweg nicht, wer das dann machen sollte. Also wir haben ja jetzt schon Lehrermangel, Lehrkräftemangel und dann bräuchten wir ja gerade noch mehr Personal, die die Studierenden da natürlich dann auch betreuen. das müssten ja wahrscheinlich auch Personen sein aus der Wissenschaft, damit eben auch so ein bisschen wissenschaftlich-pädagogische Reflexion ist, neben eben den Lehrkräften, die nur in der Praxis sind. Ich weiß nicht, also wie das personell gestaltet werden soll. Also das ist das, glaube ich, woran gerade auch das duale Studium meines Erachtens auch scheitern wird, weil ich nicht weiß, wie man das Lehrkräften verkaufen soll, jetzt aktuell, dass das noch mit on top kommen soll, weil ich glaube nicht, dass die Abminderungsstunden bekommen. Ich glaube nicht, dass die dann weniger unterrichten werden. Ja, genau. Und also gerade in den Schulen wird das ja auch zu erheblichen, genau, zu erheblichen Mehrbelastungen führen. Admiral Wurst schreibt doch gerade, die, wenn die Studis zu früher in die Schulen geschickt werden, sind sie noch nicht abgehärtet genug für den Schulantrag. Man könnte auch sagen, die Praxis macht ja nur Sinn, wenn sie vor einem theoretischen Hintergrund reflektiert werden kann. Also einfach nur Praxis ist ja irgendwo, ja, kann man natürlich machen, aber ist nicht besonders ertragreich, sondern einzuordnen, also die Praxiserfahrungen einzuordnen, vor einzuordnenden Theorien und Modelle, die man in der Hochschule kennengelernt hat, das macht natürlich schon Sinn. Man würde ja vermutlich, wenn man früh in die Praxis geht, im dualen Studium, auch erst mal mitlaufen sollen. Ja, ich befürchte nur, dass das duale Studium in Bundesländern gerade politisch so gepusht wird, weil man auf einen erheblichen Lehrermangel zuläuft. Und man erhofft sich vielleicht ein Stück weit dadurch eine Entlastung an den Schulen, weil man dadurch natürlich jede Menge HilfslehrerInnen in die Schulen gespült bekommt, die eigentlich alle erst mal mitlaufen sollten und lernen sollten und so weiter. Aber du weißt ja, wie es ist in der Praxis selbst. Und wenn dann viele LehrerInnen krank sind und Stundenausfälle drohen und so weiter, da findet man doch schon die ein oder andere Ausnahmeregelung spontan. Und ich glaube nicht, dass das gut wäre. Ja, also ich meine, das sieht man ja auch jetzt schon. Also normalerweise dürften zum Beispiel die Studierenden bei uns im Bachelor nicht eigenständig, ohne weitere Aufsichtspersonen Unterricht durchführen. Dann werden die aber so konfrontiert von der Schulleitung oder auch von irgendeiner Lehrkraft und sagen, ja, wenn du das jetzt nicht machst, fällt dir ja Unterricht aus. Dann ist das halt so. Das heißt, das ist auch für die Studierende auch eine Mehrbelastung, weil sie ja mit einer Situation konfrontiert sind, in der sie entscheiden müssen, lasse ich jetzt den Unterricht deswegen ausfallen oder stelle ich mich dorthin und ersetze den Unterricht, weil gefühlt ist ja jeder, Ersatzunterricht besser als kein Unterricht. Das kann man erst mal als Frage in den Raum stellen, aber das heißt auch von Studierenden wird da etwas abverlangt, was die eigentlich noch nicht zu entscheiden haben und was sie auch noch nicht entscheiden sollten. Und da bin ich ganz bei dir. Da habe ich auch Sorge, wie das dann weitergeht. Also die Idee, vielleicht frühzeitig in die Praxis zu gehen, finde ich nicht so schlecht vom Grundansatz her. Absolut. Also wenn das Ziel ist des dualen Studiums, die Qualität der Ausbildung zu erhöhen, wenn aber das Ziel ist, dadurch billige Lehrkräfte zu bekommen, dann ist die Motivation einfach eine vollkommen falsche. Richtig, richtig. Ja. Und ich meine, die große Frage wird ja auch ohnehin sein, also wie wird das Ganze, also gesetzt den Fall, das Ganze läuft jetzt an mit diesem dualen Studium. Also ich muss mir nochmal genauer dieses neue KMK-Papier angucken, aber es sah irgendwie so aus, als würde dieses duale Studium sehr bevorzugt werden. Wie sieht das Ganze dann eigentlich aus nach oder mit der nächsten Legislaturperiode? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass dann wieder irgendwie versucht wird, wieder so einen Flickenteppich zu erstellen, mit etwas, was jetzt angefangen worden ist, wo wir jetzt versuchen, schnell den Lehrkräftemangel zu beheben und wir dadurch aber ein ganz neues Problem konstruieren, was dann wiederum die neue politische Lage versucht, wieder zu flicken. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, dass es mich so nervt und so stört, dass wir keine Kontinuität auch da drin haben, weil es ist ja auch super frustrierend, auch für die Studierenden, ständig immer von A nach B geschubst zu werden und wahrscheinlich wirklich in fünf Jahren ist vielleicht das duale Studium wieder vorm Tisch, weil irgendwie andere Logiken wieder schalten. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ein Problem, das ich auch sehe mit dem dualen Studium, ist, dass auch diskutiert wird, also das ist natürlich kein Problem, sondern das wäre natürlich eine Notwendigkeit, dass die PraktikantInnen dann auch bezahlt werden dafür. Guter Punkt, ja. Also dass man natürlich eine Bezahlung bekommt. Das ist sozusagen natürlich ehrenwert und sollte auch so sein. Ich befürchte nur, dass dann der ein oder die andere sich auch für ein Lehramtsstudium entscheidet, weil man damit dann gegebenenfalls auch frühzeitig Geld verdienen kann, um, weil man wartet auf einen Studienplatz in einem anderen Studienbereich, wo man vielleicht noch keinen Platz bekommen hat, dass man sozusagen die Zeit überbrückt dadurch, ne, und dass wir dann, ja, vielleicht eine gewisse Anzahl an Lehramtsstudierenden haben, die eigentlich gar nicht ins Lehramt wollen, sondern das nur als auf einer Warteposition nutzen. Das ist auch eine Gefahr, die immer wieder diskutiert wird. Ich meine, bildungssteuerungstechnisch muss man auch da gucken, wer finanziert das dann eigentlich? Also, wenn das auch über die Kommunen läuft, wissen wir ja, dass es finanzstarke und finanzschwache Kommunen gibt. Also, wer genau ist dann eigentlich zuständig für die Finanzierung dieser Praktikumsstellen? Das, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass es daran auch ein Stück weit auch scheitern wird oder es auch erhebliche Unterschiede geben wird in der Finanzierung der PraktikantInnen zwischen den einzelnen Bundesländern, weil die ja einfach unterschiedlich finanzstark sind. Man müsste dann natürlich, also wenn das Referendariat dann dadurch gecancelt würde, da würde man ja das Geld sozusagen aus dem Referendariat, würde man das gewinnen, bin ich mir nicht so sicher, weil die kommen natürlich dann alle auch früher in den richtigen Job. Also, man würde das Geld nicht sparen, sondern hätte noch früher vollwertige LehrerInnen. Also, es wäre tatsächlich, also man müsste, es wäre eine Investition in die Bildung. So rum, muss man sagen. Also, das wäre eine Chance, mal in die Bildung zu investieren. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie kriegt man es dann hin, dass nicht so viel akademischer Inhalt wegfällt. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wo genau man da einsparen könnte. Vielleicht müsste man es dann so machen, wie es in dualen Studiengängen oft so ist, dass man eben keine langen Semesterferien hat oder vorlesungsfreien Zeiten, so wie es jetzt im Studium der Fall ist, sondern es wäre dann so, wie es bei dualen Studiengängen vielleicht oft ist, dass man ein paar Wochen Urlaub im Jahr hat und halt nach drei Monaten in der Hochschule drei Monaten in die Schule geht und dann wieder drei Monate an der Hochschule und drei Monate in die Schule. Und zwischendurch hat man jeweils so ein paar Wochen Urlaub. Hätte das Problem, dass die Studierenden nicht, keine Zeit hätten, um in den Semesterferien Geld zu verdienen, wäre aber auch kein Problem, weil sie es ja im Praktikum verdienen würden. Hätte das Problem, man könnte in den Semesterferien nicht irgendwelche Hausarbeiten und so weiter schreiben lassen, hätte den Vorteil, dass wir endlich von diesem blöden System wegkämen, dass man in den Semesterferien Hausarbeiten schreibt, sondern das, also es hätte einiges an Transformationspotenzial, so würde ich mal sagen, auch in der Hochschullehre. Man müsste es halt so gestalten, also das wäre mir persönlich wichtig, wenn duales Studium, dann so, dass es nicht auf Kosten der akademischen Ausbildung geht. Ja, und da weiß ich genau, aber da wüsste ich gerade zum Beispiel auch nicht, da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, was dann da eigentlich, also wie genau das funktionieren kann, also was kann etwas, was kann weggenommen werden, damit eben es nicht zu lasten ist der wissenschaftlichen Ausbildung. Aber ich fand, also ich fand deinen Vorschlag gerade toll, ich muss das, es muss selber erstmal bei mir sacken. Es wäre auf jeden Fall lohnenswert, finde ich, darüber mal nachzudenken, wie das ausgeschaltet werden kann. Ich sag mal so, garantiert hast du ja, oder bist du nicht der erste Kopf, der sich sowas schon mal irgendwie gedanklich ausklamüsert hat. Meine Frage ist dann immer, woran scheitert es? Also garantiert lag das schon mal auf irgendeinem Tisch von irgendeinem Bildungspolitikerin. Und ich frage mich dann immer, warum wird das nicht umgesetzt? Also was ist es, dass das scheitert? Weil erstmal klingt, finde ich, klingt das lukrativ. Natürlich muss man auch überlegen, okay, das stellt natürlich auch nochmal die gesamte Lehrkräftebildung auf den Kopf. Also es ist natürlich auch Personal, wir müssten komplett neue Lehrstühle wahrscheinlich gründen. Gibt es dann überhaupt noch Lehrstühle? Oder wie wird das anders geregelt? Welche Art von Personal wird dort eingestellt? Da bin ich auch noch so ein bisschen fragratlos, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob in diesem Konzept, wie du es gerade beschrieben hast, ob ich mit meinem bildungswissenschaftlichen Hintergrund da dann überhaupt nur für geeignet wäre. Oder ob das dann eigentlich nur noch Lehrkräfte dürften mit wissenschaftlichem Background und halt dann eben Fachpersonen auch mit praktisch, ich weiß nicht, also ich bin, ich frage mich da, welches Personal wir auch dafür bräuchten. Ja, keine Ahnung, habe ich auch keine Antwort. Das wäre natürlich eine krasse Weiterentwicklung, vielleicht hat es deswegen noch keiner gemacht und es wäre eine, in die man sich, die sicherlich kosten würde. Wahrscheinlich hat es deswegen noch keiner gemacht. Und eine, die die Zeit braucht und das wird sich natürlich auch niemand ans Bein binden, weil wir eben diese Fünf-Jahres-Frist dann immer haben. Also in Baden-Württemberg, ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, und das wird garantiert länger dauern als fünf Jahre mit allem Drum und Dran, wenn wir uns mal auch die Bürokratie angucken, wie Gesetzestexte vielleicht geändert werden müssen und, und, und. Und wenn es vor allen Dingen im ganzen Bund passieren muss, dann muss ja auch, ja, dann muss ja auch einfach auch das Bildungsministerium auf der Bundesebene ja auch nochmal viel aktiver da steuern. Ja. Was hast du zu sagen? Hab ich vergessen. Nicht so schlimm. Wiesel sagt hier gerade im Chat, man sollte Studium wieder auf sechs Semester kürzen. Da würde ich widersprechen. Also wenn wir auf das REF verzichten, duales Studium machen, das Studium muss auf jeden Fall ein Bachelor-Master-Studium sein. Die Richtung ist ja die andere. Es geht ja, also man muss ja sagen, in vielen Bildungsberufen findet ja gerade eine Akademisierung statt. Also wenn wir in den frühkindlichen Bereich schauen, es gibt jedem, in den letzten 10, 20 Jahren sind jede Menge Studiengänge aus dem Boden geschossen, bei denen sich ErzieherInnen akademisch weiterentwickeln können. Also ein Studium, frühkindliche Bildung oder sowas oben draufsetzen, um dann sich weiter zu qualifizieren für beispielsweise Leitungspositionen in Kindertagesstätten, Kinderbetreuungseinrichtungen und so weiter. Also eigentlich, also ich würde ungern eine Deakademisierung des Bildungsbereichs haben. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Wer keinen Master hat, muss, kann vielleicht dann später auch nicht als A13 bezahlt werden, sondern nur A12 und so. Und wir müssen den, wir müssen das Lehramt ja attraktiv machen für Studieninteressierte. Und das funktioniert unter Garantie nicht durch eine Deakademisierung, die womöglich einhergeht mit einem geringeren Gehalt anschließend. Im Gegenteil. Wir müssen eigentlich das Gehalt erhöhen für LehrerInnen. Dann vielleicht ganz kurz noch, Admiral Wurst hat gesagt, in alten POs, der PH war das so ähnlich mit Blockpraktika in Semesterferien. Ja, aber nur zu wirklich geringem Anteil. Also wenn ich das in richtig Erinnerung habe, bleibt das weit hinter dem zurück, was jetzt im Kontext duales Studium diskutiert wird. Das zum Beispiel, es gibt ja Pilotversuche jetzt auch gerade in Baden-Württemberg, wo das duale Studium mal ausprobiert wird. Wie es in anderen Bundesländern, das weiß ich nicht, aber da wird schon gedacht an eine noch viel stärkere Praxisintegration. Ich habe, also was man vielleicht auch nochmal wirklich diskutieren könnte, ist, ich habe gerade nochmal das KMK-Gutachten nochmal hier, ist eben, dass das Einfach, also die Qualifizierung von Einfachlehrkräften, das heißt, dass sie nicht mehr zwei Fächer haben, sondern nur Einfach und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie man etwas reduzieren könnte, ohne Sachen, vor allen Dingen wissenschaftlichen, oder in den wissenschaftlichen Anteilen eben draus oder von vorne, oder? Ohne? Wow, jetzt habe ich gerade einen richtigen Knoten im Kopf, du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir alle wissen, was du meinst. Ja, genau. Einfach wird gestrichen, dadurch gewinnen wir Zeit für andere Dinge. Dankeschön, ja, das wollte ich sagen. Ich finde es persönlich charmant, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht. Was findest du, upala, Stift weggeworfen, was findest du daran charmant? Also ich finde daran charmant, dass das natürlich ein Stück weit deutlich entzerrter wird für die Studierende, wenn sie sich wirklich nur auf ein Fach spezialisieren und dadurch also weniger, also ich habe das Gefühl, also es ist wirklich nur reines Bauchwissen und das, was ich von den Studierenden höre, aber durch diese doch unterschiedliche Ausbildung von zwei Fächern, die meistens nicht unbedingt ineinander greift, die meistens nicht verzahnt ist, mit unterschiedlichen Anforderungen, habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Zweifachausbildung, die Mehrschaft mit Blick auf die organisationellen Rahmenbedingungen, die Koordination zwischen den verschiedenen Fächern, die Lehrveranstaltungen und so weiter, dass ein Fach dieses Ganze etwas entschlackt und sie in ihrem Studienalltag und in ihrer Studienorganisation etwas leichter voranbringt. Ja, stimmt. Definitiv, ja. Das ist eine große Schwierigkeit, eine große Schwierigkeit des jetzigen Lehramtsstudiums, dass man eben, genau, dass die einzelnen Fächer sich nicht abstimmen bei ihren Stimmenplänen und so weiter und dass dann viele Doppelungen und Überschneidungen und so, das würde wegfallen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz oder ich denke noch mal darüber nach, inhaltlich, also auch was das später bedeutet, wahrscheinlich würde es natürlich Gehaltseinbußen bedeuten, also wenn sie halt nur einfach haben, ich weiß nicht, was sie dann, wie sie dann eingruppiert werden, ich glaube, es ist ja dann auch A12 oder A11, A12, ich glaube, es ist nicht A13. das dürfte nicht passieren, ne? Ja. Aber warum sollte das so sein? Ich meine, wenn ich nur ein Fach habe, studiere ich halt, dann unterrichte ich halt das ein Fach 26 Stunden in der Woche und nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber also meine Mutter hat früher zweifach studiert an der PH in Güstrow damals, aber ihr wurde nur einfach anerkannt und deswegen hat sie nicht zum Beispiel die gleiche Lohnkategorie, Einstufung, wie zum Beispiel mit meinem Vater, bei ihm wurden zwei Fächer anerkannt. Das hat, ja, vielleicht kann da jemand im Chat auch nochmal nachhelfen. Das kann jetzt auch ein grenztes Wissen gerade sein. Genau, egal wie das sozusagen war, ich glaube, es dürfte nicht so sein. Also natürlich, wir müssen den Lehrberuf attraktiv machen. Also Lehrkräfte bedeutet, es interessieren sich zu wenige Menschen dafür, Lehramt zu studieren. Insofern müssen wir doch alles investieren in einen attraktiven Lehrberuf. Und es darf nicht bedeuten weniger Gehalt und es darf nicht bedeuten mehr Anforderungen und mehr Stress und größere Schwierigkeiten und so weiter. Ja, absolut. Ich lese nochmal kurz. In der Zeit kannst du gerne mal eine andere Frage mit reinnehmen. Ja, genau. Ich gucke nochmal kurz, was die hier nochmal schreiben mit dem Einfachlehr, mit der Einfachlehrkraft. Also vorhin hat Weasel nochmal, etwas sarkastisch bemerkt zum Thema Lehrermangel. Dann kommen dann die hochgelobten Quereinsteiger, die fachlich aber kein, die fachlich Ahnung haben, aber keine Ahnung von Pädagogik. Wie siehst du das? Also ich finde, Quer- und SeiteneinsteigerInnen sind einfach gerade eine wichtige Ressource, die wir haben. Ich meine QuereinsteigerInnen haben ja das REF und werden dann natürlich auch in den jeweiligen Fachseminaren ja auch noch weiter und aus, also fort und ausgebildet. Die haben ja die Fächer, also sie, genau, sie wissen halt, was man unter Physik und Mathematik versteht und ich bin immer noch in der großen Hoffnung, dass unser Referendariat so gut ist, dass die dann entsprechend auch so gut ausgebildet werden, dass sie später dann eben dann auch Lehrkräfte sind. Dass manchmal die Realität eine andere ist, das hört man zumindest an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem glaube ich, sind QuereinsteigerInnen gerade eine wichtige Ressource, die es auch nicht leicht haben. Also ich meine, die haben Lust drauf und die versuchen ja auch nur irgendwie der Fuß zu fassen und wahrscheinlich ist das für die auch nicht leicht. Also wenn die dann in der Schule sind und merken, ja krass, also eigentlich fehlt mir Hegert relativ viel auch an Wissen, an pädagogisches Wissen, was ich in den letzten sechs Jahren hätte vielleicht erwerben können und jetzt in der Praxis anwenden hätte können und das fehlt mir einfach. Nichtsdestotrotz finde ich es manchmal so schade, dass die genau darauf reduziert werden und dabei, also sie können es hundertprozentig und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, das noch aufholen. Es dauert halt nur ein bisschen und ich finde, da könnte man auch in der Gesellschaft manchmal noch so ein bisschen positives Bild auf die QuereinsteigerInnen haben und sie nicht immer ganz so klassifizieren als Lehrkraft zweiter Klasse, weil das macht ja auch was mit den Menschen, die Quereinsteiger später sein wollen. Aber ich glaube, da ist auch noch mal ganz klar Bildungspolitik, die Ministerien, Schulaufsicht gefragt, dass da eben auch die pädagogische Qualität nicht drunter leidet. Aber das ist Steuerung, das ist Steuerung und das ist Bildungspolitik und da können dann glaube ich die Universitäten wenig machen. Finde aber trotzdem, ja, das ist eine wertvolle Ressource. Aber ihnen fehlt was und ich weiß auch nicht, ob sie es jemals wirklich auffallen können. Ich hoffe es, ich hoffe es sehr, aber ihnen, also ihnen fehlt genau das, sehr wahrscheinlich, was die Studierenden ja oftmals sagen, warum muss ich das denn hier alles lernen? Ich kann das doch später gar nicht anwenden, das ist doch hier alles nur so rein theoretisch. Doch, ihr wisst am Ende aber, wie ihr auf Situationen reagieren könnt, aber das könnt ihr nur wissen, wenn ihr es vorher gelernt habt, wie ihr darauf reagieren könnt, wenn Situationen eintreten. Ne, das ist das, ich kann dir quasi nur zeigen, wie du Fahrrad fährst, aber vorher muss ich dir erklären, wie du bremst. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du nicht bremsen. Und so diese Verbindung mag ich dann eben, aber die kriegt man nicht am Anfang mit, die wächst halt kumulativ über die Jahre hinweg. Ja. Ja, hier wird gerade im Chat diskutiert, genau, Quereinsteiger, hoher Krankenstand versus wenig Krankenstand und so weiter. Genau, das sind natürlich dann auch sehr viele individuelle Fälle jeweils, die, genau, dann vielleicht beim einen oder anderen in den Fokus rücken. Also das, genau, also ich finde aber, du hast es sehr gut zusammengefasst, eine wertvolle Ressource, wir laufen in einen Lehrkräftemangel rein und ich meine, was willst du denn anderes machen, wenn du so wenig LehrerInnen hast? Ja, du brauchst, du willst keine Fehlstunden und du brauchst, die Kinder brauchen Unterricht und so, ne, also ist das sozusagen unmündig, genau, keinen Puls kriegen, wir sind alle ganz freundlich hier miteinander. Insofern brauchen wir die dringend, aber genau, ihnen fehlt etwas und es gibt sicher auch, es gibt auch unter den QuereinsteigerInnen pädagogische Talente, also sozusagen Personen, die von sich aus und von ihrer Persönlichkeitsstruktur und so weiter schon für den Lehrberuf sehr gut geeignet sind, trotzdem fehlt vielen sicherlich dann auch eine pädagogische und auch eine didaktische Ausbildung. Also ich bin natürlich, ich stehe natürlich für die Fachdidaktik hier und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Man muss ja nicht nur fachlich gut sein, sondern auch wissen, wie man bestimmte fachliche Kompetenzen vermittelt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also es geht hier um vor allen Dingen den Einfach im Master, also es geht um vor allen Dingen die Qualifizierung zu Einfachlehrkräften für das Fach Mathematik unter Besoldungs- und Beamten rechtlicher Gleichstellung mit den in zwei Fächern ausgewählten Lehrkräften. Genau, es werden dann Masterstudiengänge in einem Fach im Zusammenhang mit dem Quereinstieg als wissenschaftsbasierten zweiten Weg in den Lehrkräfteberuf für alle Lehramtsstüten empfohlen. Okay, verstehe. Ja, also einfach Master dann in diesem Fall. Was natürlich dann für Leute, die halt im Bachelor zum Beispiel dann Mathematik studiert haben, aber nicht auf Lehramt, können dann eben in den Master übergehen und können dort dann eben anknüpfen, um dann eben weiterzugehen. Das natürlich könnte eventuell Leute noch fördern, in den Lehrkräfteberuf einzusteigen. Zumal, wenn eben, wie ja da gerade stand, unter der Voraussetzung, dass das wie ein Zweifachlehrer oder Lehrerin dann eben besoldet wird. Natürlich. Das ist ein guter Anreiz vielleicht. Ja, genau. Vielleicht nochmal, Münch, ich meine, ich kenne dich ja nicht, aber deswegen meinte ich, es gibt einige, die Quereinsteiger und SeitenansteigerInnen sind, die sozusagen schon von ihren Persönlichkeiten her gute LehrerInnen sind. Und ich will dir niemandem zu nahe treten, um Gottes Willen. Aber wenn wir sozusagen die Masse der QuereinsteigerInnen und SeitenansteigerInnen betrachten, dann muss man natürlich schon systematisch überlegen, wie man denen ermöglicht, pädagogisches und didaktisches Fachwissen nachzuholen. Ansonsten, wenn wir der Meinung sind, das braucht man nicht, dann könnte man es auch im Lehramtsstudium weglassen. Das ist ja schon wichtig. Christian, guck mal, gerade ist meine Mutter in den Chat gekommen. Ah nein, wie schön. Ach, super. Hallo, Mama. Super. Das ist jetzt anders als früher. Ah, ich wusste, also ich habe das nur noch im Kopf gehabt, dass es ja immer so ein Punkt war. Und ja, wusste nicht, dass das sich jetzt nochmal gewendet hat und geändert hat. Okay. Ja, vorhin vielleicht, wenn es um die Inhalte im Studium geht noch, also wenn wir überlegen, was kann weggelassen werden im Studium und so, da meinte Wiesel noch, weiß gar nicht, was Wiesel, jemand hatte geschrieben, also ich frage mich schon, wofür ich einige Mathe-Veranstaltungen in der Schule brauche, die ich im Studium hatte, Analysis 3 und 4 und Logik und so weiter. Und da muss man sagen, ja, vollkommen richtig, in vielen, an vielen Universitäten in den Fächern, in den Unterrichtsfächern, die man dort studiert, werden Lehrveranstaltungen im Lehramt ausgebracht, im Lehramtsstudium, die nicht schulrelevant sind. Und das ist aus meiner Sicht ein, ebenso ein No-Go. Ja, also es geht doch nicht, dass das Studierende Mathematik studieren gemeinsam in den Veranstaltungen mit den Mathematik-Bachelor-Master-Studierenden, weil die brauchen noch vollkommen andere Dinge. Also vollkommen andere Dinge. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel an der pädagogischen Hochschule, dort wo ich lehre, ist das anders. Da werden sämtliche Fachveranstaltungen auch so ausgebracht, in meiner Wahrnehmung, dass sie in gewisser Weise einen Schulbezug haben. Also wir haben gar nicht sowas wie Analysis 2, 3 und 4 oder so, sondern wir haben vielleicht eine Fachveranstaltung, die sich mit Funktionen beschäftigt und mit funktionalen Zusammenhängen und Funktionsvorstellungen und so weiter und die, und viele der Fachveranstaltungen haben auch sehr didaktische Anteile. Also ich würde dafür plädieren, dass in den Universitäten, in denen das Lehramt, die Lehramtsstudierenden sozusagen als zweite Klasse mitlaufen bei den Fachstudierenden, also bei den Bachelor-Master-Fachstudierenden, dass die sich darüber Gedanken machen sollten, wie sie die Lehramtsstudiengänge umstrukturieren, sodass die Lehramtsstudierenden auf sie zugeschnittene Fachveranstaltungen bekommen. Also nicht weniger Mathematik, sondern andere Mathematik als die, die vielleicht bislang im Studium vorgesehen ist. Das würde ich auch als eine sehr belohnenswerte Überlegung empfinden. Da gehen mir zwei Dinge durch den Kopf. Warum halten dann zum Beispiel Universitäten so stark daran fest? Argumentativ ist ja dann immer, ja, man muss ja eben Absolventen des Lehramtes auch ermöglichen, in ihren Fächern zu promovieren. Das ist ja so ein klassisches Argument. Du hattest mir ja mal erzählt, sie können zwar promovieren, wie auch bei euch, an der PH, nur dann eben in den Bildungswissenschaften oder in Soziologie oder eben in den verwandten Fächern. Und meine andere Frage ist, braucht man dann, also, was bedeutet das personell? Also, braucht man dann ausgebildete MathematikerInnen zum Beispiel für diese Art von Inhalten oder braucht man PädagogInnen, die eben Mathematik auf Lehramt studiert haben, die das dann, oder braucht man Mathematik-Didaktiker, die dann diese Vorlesungen machen? Also, da glaube ich, ja, also die, nee, die zwei Fragen habe ich erst mal. Ja, und das sind zwei Fragen, die natürlich, die liebe ich, weil ich jetzt Werbung für die Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg machen kann. go. Genau, also, natürlich müssen die Veranstaltungen von Fachdidaktikern gehalten werden, auch die Fachveranstaltungen aus meiner Sicht. Und deswegen ist es auch so, dass in, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber an pädagogischen Hochschulen wird man eigentlich beispielsweise in der Regel, in der Regel sage ich, weil ich bin zum Beispiel eine Ausnahme, es gibt auch Ausnahmen, da wird man in der Regel nur zum Professor berufen, wenn man auch Lehrer ist, LehrerInnen und entsprechend in der Schulpraxis war. Also, man muss, glaube ich, mindestens drei Jahre in der Schule gewesen sein, über das Referendariat hinaus, um überhaupt in den Lehramtsstudiengängen und im Lehramtsbereich eine Professur zu bekommen. Das heißt, man muss sowohl LehrerInnen und Lehrer gewesen sein, als auch promoviert sein und Habilitationsäquivalente Leistungen erbracht haben. Also, entweder eine Habilitation oder Jünger-Professur oder entsprechend geforscht und so weiter. Was eine riesen Anforderung ist. Also, auch auf pädagogische Hochschulen wird öfter mal belächelnd runtergeschaut im Sinne von, ja, pädagogische Hochschulen und so. Also, Professuren, antworte ich gerne, Professuren an pädagogische Hochschulen, haben höhere Anforderungen als Professuren an den Universitäten. Denn die Professuren an den Universitäten, die müssen keine Lehrer gewesen sein, die müssen in Anführungszeichen nur promoviert haben und habilitiert und habilitationsäquivalente Leistung. Bei uns müssen auch noch alle, müssen auch noch alle Lehrer und Lehrerinnen gewesen sein, bis auf Ausnahmen. Also, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, aber, ja, in der Regel muss man das sein. Und das finde ich auch gut, ja, weil dann wird nämlich auch die Fachlehre mit dem Blick auf die Schule abgehalten. Ich weiß, dass das bei uns an unserer Uni auch mit diskutiert worden ist und ich glaube, es wurde auch schon mal eine Stelle so ausgeschrieben mit genau diesen Anforderungen und es war wirklich ein Problem, Leute zu finden, weil dieser Match aus all diesen Anforderungen ja super selten ist. Genau. Und ich glaube, wenn wir jetzt überlegen, dass wir das jetzt flächendeckend in Deutschland machen, das heißt, die Stellen, die wir dafür brauchen, mit diesen Anforderungen, das Personal gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass es genau dieses Match zufällig in allen Bundesländern für mehrere Universitäten eben gibt oder für mehrere pädagogische Hochschulen dann. Es wäre mal wert, das zu schauen, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht in anderen Bundesländern genauso ist. Also ich weiß, in Bayern ist es so, da braucht man auch die Schulpraxis und müsste man mal checken. Also ich glaube, diese Anforderungen gibt es schon in der Breite. Gut zu wissen. Aber das betrifft vielleicht, das weiß ich, ja gut, dann lass mal überlegen, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil natürlich, das betrifft vielleicht nur die pädagogischen, ich weiß es nicht genau. Also okay, da müsste man jetzt wirklich, also anders gesagt, das Modell der pädagogischen Hochschulen ist wirklich ein gutes Modell, das auch für andere Bundesländer und andere Hochschultypen Vorbildfunktionen übernehmen könnte. Und zweitens die Frage zur Promotion. Aus meiner Sicht, also das Argument, Lehramtsstudierende müssen das Fach richtig fett studieren, um im Fach promovieren zu können, halte ich für seltsam. Also ich finde, ein Lehramtsstudent muss nicht in der Mathematik promovieren können, sondern es gibt genug Möglichkeiten in der Fachdidaktik zu promovieren und in der Pädagogik zu promovieren oder in den allgemeinen Bildungswissenschaften. Die pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, auch das wissen viele nicht, sind ja nicht den HAWs oder den Fachhochschulen gleichgestellt, sondern in den Universitäten. Wir sind bildungswissenschaftliche Hochschulen universitären Profils, so heißt es im Landeshochschulgesetz. Wir haben Promotionsrecht, Habilitationsrecht und so weiter. Wir haben über 100 Promovierende bei uns an der Hochschule, die in den Fachdidaktiken promovieren und in den Bildungswissenschaften, also der Psychologie, der Erziehungswissenschaft, der Soziologie und so weiter. In der Sonderpädagogik viele Promovierende. Und das heißt, die forschen dann auch noch zu Lehr-Lernprozessen oder zu Bildungsfragen vielleicht im Allgemeinen, was natürlich auch für die Schule gut ist, wenn wir viele Menschen haben, die in diesen Bereichen forschen und nicht auch noch in der Mathematik oder in der Physik oder in der Germanistik oder so. Und die sind dann natürlich auch diejenigen, die sich dann insbesondere auf Professuren und so weiter bewerben. Und die haben dann auch geforscht in den zu bildungsbezogenen Fragestellungen. Und die sind natürlich dann besonders gut geeignet, auch die bildungswissenschaftliche Forschung ins Studium später zu tragen, in die Lehre beispielsweise. Und selbst dann auch Forschung weiterzumachen. Also summa summarum, das ist ein System, was ich eigentlich selbst tragen könnte, wenn man es in der Form lassen würde. Also ich fand, das hatte gerade Hand und Fuß. Also ich finde es total legitim zu sagen, ey, die können doch in den Fachdidaktiken, die können in den Didaktiken und in den Bildungswissenschaften promovieren. Ganz ehrlich, also die Freunde, die ich kenne, die Lehramt studiert haben und erst promovieren, machen das entweder in den Fachdidaktiken oder in den Bildungswissenschaften. Ich habe bislang auch noch kaum jemanden kennengelernt, der tatsächlich in den Fächern promoviert hat. Ja, ja, okay. Ja. Aber alles nur anekdotisch, also ich kenne da auch keine Zahlen. Ja. Nervis fragt, haben PHs in Baden-Württemberg auch die gleichen Zugangsvoraussetzungen wie sonst, also allgemeine Hochschulreife? Ja, ja, klar. Die Zugangsvoraussetzungen sind sogar höher als in vielen anderen Studiengängen. Wissen auch manche nicht, ne? Also du kommst bei uns an der PH Heidelberg, würde ich sagen, mit einem 1.0er Abi nicht ins Studium. Weil du nämlich sogenannte Sozialpunkte noch brauchst. Das sind Punkte, die man eben außerhalb des Studiums erworben haben muss im Rahmen von sozialen Tätigkeiten, FSJ, Vereins, Aktivitäten, keine Ahnung was, da alles rein zählt, ne? Und du brauchst, also bei der PH Heidelberg ist es glaube ich sogar 50-50, also 50 Prozent zählt die Abiturnote und 50 Prozent diese Sozialpunkte und so. Und das ist also hart, ne? Also ein Lehramtsstudium reinzukommen ist nicht ohne. Krass, wusste ich gar nicht, dass das so hoch ist dann. Also deswegen betone ich das immer so, ne? Es wird immer in irgendeiner Weise belächelnd geschaut auf das Lehramtsstudium in den pädagogischen Hochschulen und so weiter von Leuten, die nicht wissen, wie hoch die Anforderungen eigentlich sind in all den Bereichen, ja? Und welche Möglichkeiten eigentlich dahinter stecken. Wiesel hat noch geschrieben, ich bezweifle, dass manche Dozenten noch den Blick auf das Geschehen an den Schulen haben, so empfand ich es leider damals in Heidelberg gerade in den Erziehungswissenschaften leider großteils weltfremd. Das können wir gemeinsam über die Erziehungswissenschaften herziehen. Nein, Quatsch. Ey, ich bin, Entschuldigung. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt mal nicht in mein Nest kacken, ja? Nein, nein, nein. Nee, aber das ist natürlich so, also das ist natürlich jetzt, genau, muss man natürlich auch sagen, dass natürlich je länger man im Hochschulbetrieb ist, umso mehr entfremdet man sich vielleicht auch oder wenn man sich nicht aktiv darum bemüht, immer den Kontakt zur Schule zu halten und so weiter, das liegt natürlich auch eine gewisse Gefahr drin, dass man da Praxisnähe verliert oder so ganz gleich. Ja, aber ich finde, das hast du ja überall. Also ich finde, das hast du in der Medizin, das hast du, weiß ich nicht, in ganz vielen verschiedenen Berufen und Bereichen, wenn du nicht immer, also gerade, wo es da so ein Praxisteorie-Gap gibt, wenn du dich nicht aktiv darin bemühst, immer regelmäßig eben auch Praxisanteile zu sammeln oder einfach Erfahrungen zu sammeln, genau, dann bist du in meinen Augen eben auch weniger professionell. Also gerade da, wo es um die Theorie-Praxis-Verzahnung geht, muss der Theoretiker, die Theoretikerin immer wieder auch in die Praxis reinschauen und eben auch andersherum. Also ich finde es so auch manchmal so komisch, dass wir von den Lehrkräften verlangen, auch die Theorie mit in den Blick zu nehmen, aber die TheoretikerInnen selber von sich manchmal nicht denselben Maßstab anlegen, eben auch in die Praxis reinzugucken. Also bei mir in meiner Abteilung werden zum Beispiel immer regelmäßig Schulbesuche eben auch gefordert, dass wir ab und zu mal reingucken. Und das schließt vielleicht den Kreis auch zum Anfang mit der öffentlichen Wissenschaft. Also gerade den Kontakt zur Praxis und zu den Menschen außerhalb der Hochschule behalten und öffentliche Wissenschaft, Transfer, Wissenschaftskommunikationskontext und so weiter können dafür auch ganz gut sein. Wenn ich kurz noch auf die Anfragen von U. Münch eingehen darf, schreibt nämlich, wenn man aber die Lehramtsvoraussetzungen so hoch sind, dann erklärt sich mir auch der Lehrermangel. Nee, nee, also nicht falsch verstehen. Die Voraussetzungen sind hoch, trotzdem sind unsere Studiengänge voll. Also wir haben sehr, sehr viel mehr BewerberInnen, als wir aufnehmen können. Ja, also wir nehmen wirklich nur die Guten von den Guten bezüglich der Anforderungen. Und insofern ist das nicht so, dass wir da deswegen Lehrermangel hätten. Im Gegenteil. Also das System, so wie wir es jetzt gerade haben, in Baden-Württemberg bei uns an den pädagogischen Hochschulen fördert eigentlich sozusagen, dass nur die Guten da reinkommen. Was ja eigentlich eine gute Sache ist. Die besten brauchen wir im Lehramt eigentlich. Und wie will man sich neben dem Abitur noch Sozialpunkte sammeln? Ja, in der Regel sammelt man die nicht neben dem Abitur, sondern nach dem Abitur, indem man mal ein Jahr lang was anderes macht beispielsweise. Oder auch natürlich über die Zeit hinweg in der Kirche sich engagiert hat beispielsweise oder beim technischen Hilfswerk oder bei den Rettungsschwimmern oder was weiß ich. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man solche Sozialpunkte, so genau weiß ich es auch nicht. Ich habe mich damit nicht intensiv beschäftigt. Aber da kann schon einiges angeführt werden. Gab es bei dir früher, nee, ja doch, du musstest noch Armee gehabt haben und Bund, ne? Ja, ja, klar. Ich war im Zivildienst. Also bei mir gab es noch die Pflicht. Ich war im Zivildienst, genau. Ja. Ich bin direkt nach, also ich habe keine Sozialpunkte gesammelt, ich bin direkt nach dem Abi ins Studium gegangen. Ich auch. Also nee, klar, ich hatte Zivildienst, aber bei Informatik, weiß ich gar nicht, ich bin einfach reingekommen, glaube ich, damals. Ich glaube, es gab überhaupt gar keinen Filter. Bin mir nicht sicher. Weißt du noch, was du für einen Abischnitt hattest? Durchschnitt? Ja. Komm mal raus. Ja, ich habe ein 1,0er Abi. Ah, ist okay. Ja, das vergisst man nicht. Heftig. 1,0. Ja. Wow, du bist echt ein kluger Kopf. Hi, die wei. Ja, nee, ich bin fleißig gewesen. Oh, okay. Ich würde eher sagen, ich würde nicht sagen, dass ich klug bin, sondern ich bin fleißig, extrem fleißig und extrem, extrem dicke Haut. Wenn was zu machen ist, mache ich es. Und wenn ich, wenn ich weiß, ich muss jetzt vier Wochen am Stück lernen, dann mache ich es. weil ich gut sein will. So. Ja. Also es war eigentlich mehr Fleiß. Was hast du für ein Abi gehabt? Weißt du es noch? Ja, 2,1 tatsächlich. 2,1. Ja, ja, auch super Abi. Ja. 2,1. Interessanterweise bin ich im Studium deutlich besser gewesen, weil mich das einfach viel mehr interessiert hat und viel mehr abgeholt hat als das Abi. Ich war jetzt aber auch, also ich war jetzt auch nicht so fleißig. Also mir ist relativ einiges zugeflogen, aber ich glaube, da hätte ich auch noch ganz viel andere Sachen rausholen können, aber habe ich eben nicht. Aber sag mal, wenn du sagst, du hast ein dickes Fell oder eine dicke Haut, würdest du sagen, dass du dann besonders resilient bist? Oder würdest du sagen, dass du eher Tendenzen hast oder eher einen höheren Erschöpfungsgrad hast? Also es macht ja so einen Unterschied von, ich kann ganz viel aushalten und weiß, wie ich das gut regeln kann oder ich ballere mich einfach zu, völlig egal, was es kostet. Weißt du, was ich meine? Ja, letzteres. Ich habe eine unglaublich, unglaublich hohe Grenze, ab der ich wirklich erschöpft bin. Wow. Ich kann einfach durcharbeiten. Hast du ein Geheimrezept dafür? Nee. Ich weiß auch nicht, ob es jemandem empfehlen würde, weil das ist natürlich auch der Punkt, das hat mir vielleicht letzten Endes auch die Professur eingebracht, aber das ist ja auch gleichzeitig Kritik am System. Also, dass gerade die Professuren bekommen, die auch sich in sozialen Kontexten befinden, in denen sie die Möglichkeit haben, durchzupowern. Und dass all die, also das ist ja die Gender-Problematik, kommt da mit rein, also familiäre Planungen und Pflichten und, und, und. Auch Personen, die eben nicht so resilient sind, vielleicht, oder die ... Chronische Erkrankung, Behinderung. Ja, chronische Erkrankung, genau, und so weiter. Also, das System befördert die, ich sag mal, die sich in vollkommen unproblematischem Lebensverhältnis befinden und auch eine hohe Erschöpfungsgrenze haben, die, genau, die werden da klar bevorzugt. Und da bin ich natürlich ein Nutznießer davon, muss man sagen. Also, ich bin froh, dass es bei mir so geklappt hat, aber insgesamt, also ich sehe natürlich das Problem im System. Ja, 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 voll. Ja, nee, kann ich gerade nur nickend, nickend zustimmen. Hast du eigentlich vor, noch den Weg der Professur zu gehen, oder wie sieht es bei dir aus? Aktuell würde ich sagen, nein. Würde aber auch sagen, ich schließe es jetzt nicht aus. Natürlich erst mal Schritt für Schritt, ne, jetzt erst mal die, die Artikel noch für die, für die DISS einreichen. Grundsätzlich habe ich so das Problem, dass ich das, was ich ja selber auch oftmals kritisiere, oder ich habe das Gefühl, dass ich das dann reproduzieren würde. Wenn ich Professorin dann bin, dann sagen natürlich auch andere, hey, aber du kannst doch den, du kannst doch anders machen. Du bist, du kannst doch dann der, der Wandel sein und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf meinen Schultern haben möchte. Das ist ja Arbeit. Das ist ja nichts. Nur weil ich jetzt da bin, hat sich das System verändert, sondern ich muss mich ja entweder selber mit dem System verändern oder das System ändert sich ein Stück weit durch mich. Aber das ist ja wirklich ein Weg und Ballast. Und ich finde es zum Beispiel auch so schwierig, also dadurch, also ich werde wahrscheinlich wenig Publikation haben, einfach deswegen, weil ich jetzt keine krasse Postdoc-Phase hier anschließen werde. Ich werde nicht Teufel komm raus Veröffentlichung produzieren. Ich werde also nicht die Achievements bedienen, die man eigentlich braucht, um eben auch eine Professur zu bekommen. Also Drittmittel einwerben, viele Publikationen haben in hochrangigen Journals. Das werde ich, glaube ich, einfach nicht leisten können, weil ich mich darin eben auch nicht sehe, in dieser Produktionsmaschinerie. Das bedeutet, ich glaube, die Frage erübrigt sich, weil ich wahrscheinlich nicht unter meinen Voraussetzungen eine Professur angeboten bekommen werde. Und eben auch, weil ich ja zum Thema Transfer promoviere. Und ich es so schade und schwierig finde, dass jungen WissenschaftlerInnen im Transferbereich fast nie eine Professur bekommen, weil sie entweder in Transferprojekten festhängen, in Anführungsstrichen. Damit Transfer ins Bildungssystem gut funktioniert, brauchst du mindestens fünf Jahre. In diesen fünf Jahren hast du jetzt keine krassen vielen Erkenntnisse, die du publizieren kannst. Das sind ja nur Prozesserkenntnisse. Dann kommt nochmal eine Transferphase. Das dauert und dauert. Du bist lange Zeit in einem Projekt, nicht in vielen Projekten. Das heißt, das System limitiert sich da schon selbst mit Blick auf JungwissenschaftlerInnen in Transfer, in Wissenschaftskommunikationbereichen. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die dazu führen werden, dass ich es nicht anstrebe oder auch nicht angeboten bekomme. Wenn sich nicht grundlegend irgendeine innovative Hochschule dazu Gedanken macht oder darüber Gedanken macht, jemanden mit anderem Background und mit anderem Zugang zur Wissenschaft Professuren erstellt oder bildet und neu gründet. Kann ich gut verstehen. Also man muss diese Kriterien für eine Professur schon erfüllen wollen. Und das ist natürlich sehr viel. Also ich kann gut verstehen, dass man sagt, nee, ich möchte das System da nicht bedienen, um da hinzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das System verändern kann man letztlich nur dort so richtig, ja. Und also ich kenne es halt immer im Bereich der Mathematik, also jetzt nur auf die Lehre bezogen, ist es schon so, dass oftmals Mathematik-ProfessorInnen einfach ich sag jetzt mal eine furchtbare Lehre machen. Also viele hohe Durchfallquoten und so weiter, kennt man ja, 80 Prozent Mathematik fallen durch und so weiter und schreckliche Lehrveranstaltungen und so. Also nicht alle natürlich, viele, 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 viele gute, aber es gibt immer wieder diese Typen, die schlechte Lehre machen, die dann sagen, ja, bei mir hat es auch nicht geschadet damals im Studium, ne. Klar, ne, derjenige oder diejenige, der hat es nicht geschadet, das heißt, die ist da gut durchgekommen durch System und alle die, die gut durchkommen durch System landen am Ende an der Spitze des Systems und replizieren das System und die, die Schwierigkeiten hatten, die kommen überhaupt nicht in die Lage, das System zu verändern, weil sie gar nicht bis dahin kommen. Survivorship Bias 100 Kuchen, sehr gut, genau. Ja, genau. Ich hatte noch keinen Begriff dafür, jetzt habe ich einen. Dankeschön. Sehr gut. Ja, genau. Insofern würde ich ja sagen, schade, Lisa, denn wir brauchen eigentlich so Menschen wie dich dort. Ja, ach, Christian. Ja, denk nochmal drüber nach. Ja, also, ne, ich sag nie, nie, ich guck mal, wo das Leben mich noch so hinbringt und hinführt. ja, ich bin ja noch jung, so 32. Ich habe jetzt auch noch keine Eile. Insofern, genau. Vielleicht ist ja, das wird sich ergeben. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte alles Mögliche vor in meiner wissenschaftlichen Laufbahn und letzten Endes hat sich alles irgendwie ergeben. Ja, es gibt dann Chancen, Gelegenheiten, Angebote, über die man nachdenkt und irgendwie ergibt dann das eine, das andere und dann zack ist mein Professor. Zack. Ja, da würde ich aber nochmal ganz kurz dazusagen, dass das, also sowohl dein Weg als auch mein Weg jetzt bisher ist natürlich auch trotzdem relativ privilegiert im Vergleich vielleicht zu anderen Lebenswegen und das finde ich, glaube ich, auch nochmal immer wichtig, dass, also ganz, für ganz viele ist es manchmal auch gar nicht möglich, Chancen zu nehmen, die ihnen offeriert werden und wo die Türen gerade aufgehen, die können aber nicht durchlaufen aus verschiedenen Gründen. Das finde ich auch immer noch, immer noch wichtig einfach zu betonen, dass nicht, klar, also obwohl die Tür sich vielleicht für viele verschiedene Leute auch öffnet, ist es nicht immer gleich leicht, die Leute durch diese Tür durchzugehen. Ja, das ist ja schönes Bild, ja, genau, gut, dass du es nochmal betont hast, ja. Weil wir ja, also ich, also ich, ich kenne jetzt nicht deinen, deinen Werdegang so per se, aber genau, höre schon so ein bisschen raus, dass du, dass du auch ein unterstützendes Umfeld hattest. Hey, du hast mich wieder weggeklickt. Entschuldigung, ich wollte in die Fragen schauen, die im Vorfeld reingekommen sind. Ich brauche doch einen zweiten Rechner hier neben mir. Ah, Mist. Du hast ja wirklich nur diesen Mini-Bildschirm auf deinem Laptop, das ist echt der Wahnsinn. Oder ich brauche einen Monitor, ja, du hast recht, ja. Ja. Stimmt, die Fragen, pass auf, die kann ich dir, die ich dir geschickt habe, oder? Du kannst auch einfach eine rausgucken, genau, ja, genau, oder ich kann dir auf mein Handy schauen auch, ne? Es sind nämlich im Vorfeld schon ein paar Fragen reingekommen, die wir vielleicht auch mal diskutieren könnten hier. Zack. Ich glaube, eine Frage war mir auch noch wichtig, und zwar, oh Gott, hier ist eine Frage, wie ich aus dem Lehramt wieder rauskomme. Was? Wer will denn da raus? Ja, es gibt viele, die raus wollen, ne? Ja, ja, also, ähm, genau, also ich glaube, hier ist eine Frage, Reform der Lehrer in den Bildung, ich glaube, das haben wir jetzt schon einigermaßen angesprochen. Ähm, ähm, genau, die Praxis, Praxisbezug und Praxisferne hatten wir auch schon besprochen. Und ich tatsächlich fand, also vielleicht, ich weiß nicht, ob du dafür offen bist, das zu besprechen, aber eine Frage, ob man trotz einer depressiven Neigung Lehramt studieren sollte. Ähm, ob wir das auch besprechen wollen, müssen wir nicht, aber könnten wir, wenn du möchtest. Das ist eine schwierige Frage, also da würde ich auf jeden Fall mal vorausschicken, dass ich mich damit nicht auskenne. Also da wäre ich vorsichtig, da irgendeinen Ratschlag zu geben, Weiß nicht, wie es dir gibt. Ja, genau, also ich glaube, den grundsätzlichen Rat, den ich immer geben kann, ist, ähm, das halt nie unbegleitet zu machen. Also ich glaube, wichtig ist halt wirklich da der Therapiebezug und mit einer ausgebildeten Fachkraft äh, möglicherweise dann eben auch medikamentös, aber das obliegt eben alles der psychologischen Fachkraft und der Experten oder Expertin und würde da tatsächlich auch sagen, vertraue dieser Person. Wenn die sagt, das geht, in Begleitung, dann sei mutig und trau dich. Wenn aber da Zweifel bestehen, dann muss man so böse oder so, so traurig es auch ist, sich auch einzugestehen, dass es jetzt aktuell nicht geht. Das ist mir auch noch immer wichtig. Es geht jetzt aktuell nicht. Es heißt aber nicht, dass es nie, nie wieder geht. Also, ähm, gerade jetzt mit Blick auf, ähm, mit Blick auf meine eigene Angststörung, man denkt, es wird nie besser, aber es wird besser. Und, man muss sich aber nur Zeit geben und ich finde es so schön zu wissen, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt, aber zu wissen, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man Dinge wieder machen kann, wo man Dinge wieder sich selber zutraut. Und dann kann man sich immer noch mal diese Punkte vornehmen, die man jetzt vielleicht nur ein bisschen beiseite gelegt hat. Ja. Ähm, an der Stelle könnte man vielleicht mal anmerken, dass auch im Lehramtsstudium sehr viele Menschen, Studierende sind, die depressiv sind oder, ähm, Depressionen haben oder Neigung zu Depressionen und so weiter. Wir haben neulich erst eine Befragung an unserer Hochschule gemacht, die wurde neulich vorgestellt. Ich weiß jetzt die Ergebnisse nicht mehr, aber der Anteil der Studierenden, die depressiv sind oder Neigungsdepressionen und so weiter, ist unglaublich hoch. Ja? Also ich dachte so, oh mein Gott, ja, so ein hoher Anteil an Studierenden, die, ähm, Depressionen haben, depressiv sind. Ähm, na, ich meine, du bist in der Lehrveranstaltung und hast irgendwie, keine Ahnung, 40, 40 Leute da und fünf sind irgendwie selten da oder nie da und du denkst als Lehrerin da immer, ja, oh man, die sind undiszipliniert, faul, warum kommen die nicht, selbst schuld und so weiter, die feiern bestimmt immer nur, aber ein guter Teil könnten auch Studierende sein, die Depressionen haben, die sich überfordert fühlen, überlastet fühlen, nicht mehr in der Lage sind, ihrem Leben normal nachzugehen und so weiter, ne? Und, äh, und viele im Lehramt haben dann Angst, sich Hilfe zu holen, weil sie befürchten, sie riskieren damit ihre Verbeamtung und das ist natürlich ein Riesending, ne? Ähm, ein Riesenproblem, äh, diese, diese Angst, vor der Nicht-Verbeamtung, also ich würde sagen, auf jeden Fall, in allererster Linie, wenn man sowas bei sich spürt, zu einer Beratungsstelle in der Hochschule gehen, die es überall gibt, ne? Also, ähm, soziale Beratungsstellen, psychologische Beratungsstellen, sowas in dieser Art und sich Hilfe holen, ja? Da kann man das auch, ähm, da kann man das auch diskutieren, ich bin mir gar nicht sicher, wie das mit der Verbeamtung ist, ähm, aber das wissen die Leute, ne? Und sich da Beratung holen, auf keinen Fall die Krankheit wegdrücken und versuchen, so ins Lehramt zu kommen, weil das Lehramt ist ein, ein Job, der ein Knochenjob ist, und, ähm, wenn man da instabil ist, ist eben die Gefahr groß, dass es schlimmer wird, dass man in Burnout kommt, und so weiter. und da würde ich mir wünschen von der Politik, insbesondere von der Politik, ein klares Signal, wir wünschen uns psychisch gesunde LehrerInnen, ja? Und wenn ihr ein Problem bei euch bemerkt, ne, eine Krankheit, egal ob physisch oder psychisch, geht ihr bitte zum Arzt, ja? Oder zum Therapeuten, zur Therapeutin. Da würde ich mir ein klares Signal von der Politik wünschen, weil psychische Gesundheit im Lehrberuf ist das A und O, ja? Ja. Insofern, wenn jemand bei sich so etwas merkt, auf jeden Fall mit irgendjemandem drüber reden, mit irgendeinem Experten, einer Expertin drüber reden, zu einer Beratungsstelle gehen, ja? Nicht mit sich selbst ausmachen, das ist das Wichtige. Man ist nicht alleine, es geht vielen so, ja? Und den Schritt machen und auf jemanden zugehen und sagen, ich habe da ein Problem, was können wir machen? So, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und es muss ja nicht gleich ein Therapeut sein, bei dem man die Krankenkasse informiert und weiter, man kann ja auch an den Hochschulen zu solchen psychosozialen Beratungsstellen gehen, erst mal. Genau, und da erfährt ja auch die Krankenkasse von nichts, das ist ja auch das Gute. Also das würde ich immer empfehlen, in Anspruch zu nehmen. Ja, genau. Insofern kann ich der Person einfach nur sagen, das machen und den Berufswunsch, für den man brennt, versuchen zu verfolgen. Ja, genau das. Seiner Leidenschaft nachgehen, das ist ja wichtig. Ja. Eine Frage war noch, ob wir mit Blick auf das momentane Schulsystem noch jemanden empfehlen würden, Lehrkraft zu werden. Ja, natürlich. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Oder wie, sag mal, würdest du es empfehlen? Also ich würde es empfehlen, weil ich glaube, kein Beruf mit, also ich weiß gar nicht, ob das in der, ich glaube, das war ein Bildungstrend. Ich glaube, es gibt keinen Beruf, wo sich die Leute in diesem Beruf so selbstwirksam fühlen und sich so berufen fühlen zu dem, was sie tun. Und ich glaube, diese Erfüllung, die man dort findet, die ist mit nichts zu vergleichen. und ich finde es nach wie vor ein unfassbar abwechslungsreicher, ein toller Job, den man so viele Kinder begleiten kann. Und vor allen Dingen, wo man eventuell jetzt auch gerade noch eben Teil von einer Veränderung sein kann und auch eine neue Wende eben auch mit gestalten kann. Gleichwohl weiß ich eben auch, wie anstrengend es trotzdem jetzt auch ist. Also bei all der positiven Worte wird das jetzt eine anstrengende Zeit werden, wird das etwas sein, was auch viel Kraft kostet, aber wenn man wirklich diesen intrinsischen Wunsch hat, ich will Lehrkraft werden, ich will Kinder ausbilden, ich will Kinder begleiten, ich will sie zu fähigen Wesen in unserer Gesellschaft oder sie auf diesem Weg begleiten, in einer Gesellschaft leben und sein zu können und fähig zu sein, mit Herausforderungen des Lebens umzugehen, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also wenn dieser Wunsch da ist und man auch noch nach den Praxisphasen im Studium merkt, ich habe immer noch Bock drauf, dann würde ich sagen, auch wenn das System gerade ruckelt, unbedingt weitermachen. Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen, würde ich genauso sehen, ja. Ah, Osthol, genau, deine Mutter sagt, ich bin seit fünf, drei Jahren Lehrerin immer noch gern im Job. Ja. Ja, super, genau. Meine Mutter ist das beste Beispiel, also meine Mama hat so einen, so einen wunderbaren Lehrerinnengeist in sich drin, also sie erfüllt es, jeden Tag mit den Kindern zu arbeiten, wenn gleich natürlich die äußeren Bedingungen sie manchmal auch wirklich an den Rand des Wahnsinns bringen, damit man jetzt sowohl, weiß ich nicht, in der Schule, aber auch außerhalb der Schule, aber das gehört halt dazu, das ist halt aktuell, aktuell Status Quo in einer Schule, ich glaube es ist wichtig, wenn man Lehrkraft werden will, sich dessen bewusst zu sein, dass es eben diese Herausforderung geben wird und sich auch fragen, wie resilient bin ich, wo sind meine Schwächen, wo bin ich eventuell besonders angreifbar, welche Kapazitäten habe ich und wie kann ich auf bestimmte Dinge gut reagieren, ich glaube es ist wichtig, sich auch mit sich selber auch zu beschäftigen, wie gut ich auf bestimmte Sachen einfach reagieren kann, aber es ist trotzdem Wahnsinn, wie meine Mutter nach wie vor das Leuchten in den Augen nicht verloren hat, trotz all dieser Umstände, trotz all dieser Reformen, keine Ahnung, Verschiebungen von irgendwelchen Schulgeschichten, was auch immer und trotzdem jeden Tag aufs Neue macht es ihr Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, das finde ich schön. Wunderschön, ja. Ich liebe es zum Beispiel, bei Menschen zu sehen, wenn sie etwas Mathematisches verstanden haben. Also so diesen Aha-Effekt zu bemerken und sich so reinzufinden und zu sagen, ah geil, derjenige hat es jetzt verstanden. Also das liebe ich am Mathematikunterrichten. Und ja, wenn man dann sieht, dass Kinder und Jugendliche sich weiterentwickeln, noch viel gelernt haben im Vergleich zu vor einem Jahr oder so, das ist schon was Schönes. Ja. Ja, und ich, und das, was meine Mama jetzt auch gerade schreibt, weil sie sich eben nicht über die Jugendlichen stellt, sondern mit ihnen arbeitet und ich glaube, das macht eine gute eine gute pädagogische Kraft aus, indem es eben kein hierarchisches Machtgefälle gibt, sondern ein, ey, ich arbeite mit euch und ich sehe euch und ich glaube, Christian, deswegen bist du auch so ein verdammt guter Lehrer und so ein verdammt guter Dozent, weil du immer zuallererst deine Studierenden siehst und du willst die verstehen, du willst, also du hast ja auch Lebensweltbezüge mit drin, du hast Bock, die zu verstehen, die aufzufangen, da, wo sie gerade stehen und ich glaube, genau dann, genau dann fängt an, dieser Job richtig Spaß zu machen und dich zu erfüllen, weil dann kommt ganz viel zurück und dann ist das wie so ein pingpongartiges, wie so ein pingpongartiger, wohliger Schauer, der dich jedes Mal total erfüllt. Ich glaube, wir machen gerade voll Lust aufs Lehramt. Ich glaube nämlich auch, dass Nervis ein heimlicher Lehrer ist, der es noch nicht weiß. Genau. unsere Schulleitung hat mir aber auch gesagt, dass das so nicht möglich ist. Ah, Anka, schön, dass du da bist, kommst genau richtig, genau. Münchner, eine Frage, wie ich zu Hause war, also klar, meine Mama war Mama und an einigen Stellen eben auch, wenn es dann um vielleicht Hausaufgaben ging, klar konnte sie dann eben auch ihr Lehrkraftwissen auch mit einbringen, aber vorrangig war sie Mama. Hat dich das eigentlich beeinflusst, dass deine beiden Eltern LehrerInnen waren? Ja, genau. Ich wusste, ich wollte keine, also ich wollte keine Lehrkraft werden, das wusste ich. Ah, okay, ah ja, du bist trotzdem geworden, sozusagen. Ja, aber ich wollte nie in der Schule sein, tatsächlich. Am Ende habe ich nicht gewusst, dass es mich irgendwie doch dahin zieht, aber habe mich total darin gesehen, die Wissenschaft quasi der Pädagogik zu studieren. Das hat, muss ich sagen, am Essenstisch früher für viel Irritation, dazu viel Irritation gesorgt, weil, keine Ahnung, ich im Bachelor lerne da gerade so ganz viel über Schule und wie Schule gut funktioniert und dann erzähle ich das alles so neunmal klug meinen über 25 Jahren Schulerfahrung, also meine Eltern, die 25 Jahre Schulerfahrung haben und schütteln nur den Kopf. Da sind wir mittlerweile schon deutlich besser zu einem Konsens gekommen. Aber ich mag auch dieses Reiben, was wir haben manchmal, dass sie mir von einigen Themen erzählen, die ich da wiederum anders sehe und dann überlege ich, warum sehe ich das eigentlich anders und warum sehen meine Eltern das anders und das ist eben genau das, glaube ich, was diese Professionalität bei uns allen auf beiden Seiten ausmacht. dieses sich hineindenken in den wissenschaftlichen Part, aber auch in den praxisbezogenen Part. Also, ich bin Scheidungskind, also sowohl mein Stiefvater als auch mein leiblicher Vater sind auch Lehrer und mein leiblicher Vater ist auch Schulleiter und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also, wenn ich dann auch nochmal höre, was er so tagtäglich für Herausforderungen hat, Schulleiter Brennpunktschule in Berlin-Mitte, das ist dann nochmal nochmal was ganz anderes und da merke ich dann sowas wie Schulleitungshandeln, was wir so als zentrale Faktoren für gutes Schulleitungshandeln aus der Wissenschaft an den Tag legen, da denke ich mir, ey, der kommt gar nicht dazu, weil er gerade erstmal mit der Polizei regeln muss, dass erstmal hier die Waffen aus dem Rucksack rausgenommen werden müssen. Also, manchmal sind einfach die, so diese Key Facts aus der Bildungsforschung so weit entfernt von der pädagogischen Praxis, weil bis du die erstmal anwendest, brauchst du erstmal Zeit, um die überhaupt anwenden zu können, weil dein Alltag so voll ist mit so vielen unvorhergesehenen Themen, mit denen du nicht mal ansatzweise gerechnet hast. Guck, mein größter Respekt all den SchulleiterInnen hier. Ja, ja. Das ist ein Job, den ich nicht machen wollte. Du, also, ich, nee, könnte ich nicht. Es ist so viel Verantwortung. Du hast ja nicht nur Verantwortung für alle SchülerInnen, für alle Lehrkräfte, dass alles gut funktioniert, Rechenschaft schuldig immer sein, der Schulaufsicht, den Schulämtern, dem Ministerium. Oh, ja. Und allein auch die kommunikative Arbeit, die du jeden Tag leisten musst. Auf die Bedürfnisse eingehen, die Bedürfnisse verstehen. Wahnsinn. Ja. Hier werden gerade im Chat noch all die Tätigkeiten gepostet, die man als LehrerInnen machen muss, neben dem Unterrichten. Ja. Ja, die ganzen, die ganzen Konferenzen, Zeugnisfach, Fachkonferenzen, Personalkonferenzen, Fachtage, Fortbildungen, Elternsprechtage, äh, ja. Schulentwicklung. Schulentwicklung als Ganzes, ja. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, gerade Elternarbeit, Beziehungsarbeit, da wird meines Erachtens, da werden Lehrkräfte momentan überhaupt nicht drauf vorbereitet, auch Elternarbeit im Studium. Ähm, ich kenne, ich kenne keine Kurse, die irgendwie sowas mal thematisieren. Also wirklich ein Umgang mit Eltern, wie kommuniziere ich mit Eltern, wie kommuniziere ich, ähm, Ergebnisse mit Eltern, wie gehe ich in, in die Prozessarbeit mit Eltern rein. Da wirst du ja dermaßen ins, äh, kalte Wasser geworfen. Ja, das ist so ähnlich wie, was wir vorhin diskutiert haben, nur bei HochschullehrerInnen, die bestimmte Dinge nicht lernen. Also eigentlich müsste man nochmal schauen, was sozusagen den Beruf tatsächlich mittlerweile ausmacht, im Vergleich vielleicht noch vor, zuvor, keine Ahnung, 50 Jahre, ne? Und, äh, entsprechend auch die Ausbildung gestalten. Ja. Ja, ja, genau das. Mhm. Ah ja. Jodes sagt, tatsächlich wird das bei uns gelehrt, im, teilweise im USB-übergreifenden Studienbereich. Weiß ich, bist du an der PA Heidelberg? Äh, USB ist bei uns ein Begriff, ich weiß nicht, ob das über, irgendwo anders auch noch so ist? Hab mir noch, nee, kenn ich gar nicht den Begriff. Ah ja, genau. Miralow stand schon mit den Eltern rauchend am Glaskontainer, um über die Kinder zu sprechen, war der einfachste Zugang. Sehr geil, ja. Ja. Ja, und deswegen, also, der Lehrberuf ist anstrengend, auch wegen all dieser Dinge um den Unterricht drumherum, muss man ganz klar sagen. Und deswegen würde ich sagen, nochmal der Appell an die Politik, ihr müsst den Lehrberuf attraktiv machen. Ähm, LehrerInnen entlasten, ja. Ich weiß, wir laufen in Lehrkräftemangel rein, wir brauchen aber mehr LehrerInnen, wir brauchen weniger Deputat pro LehrerIn, ja, für das gleiche Gehalt, die Möglichkeit, mehr Möglichkeiten zu schaffen für Fortbildung und zwar auch für, das ist nicht Pflichtfortbildung, was ja vorhin genannt wurde, sondern für selbst initiierte Fortbildung, sich selbst weiterbilden, auch autodidaktisch weiterbilden, also da Freiräume zu haben. Digitalisierung beispielsweise bringt ja viele, viele neue Anforderungen auch für LehrerInnen. und sich ein paar hinzusetzen, mit so einem Tool auseinanderzusetzen, das auszuprobieren, was macht man denn das im Alltag, ne, dafür braucht man Zeit. Also Zeit ist eine wichtige Ressource, also weniger Deputat pro LehrerIn, für das gleiche Gehalt, ähm, entlasten dann durch zusätzliches Personal, die Schulen entlasten, also ich denke immer, ich denke natürlich sehr stark aus Informatik-Sicht, die ganzen Informatik-LehrerInnen müssen immer hinhalten, als, ähm, Netzwerk-AdministratorInnen, die dann irgendeinen Stunden-Erlass bekommen und so. Um das Netzwerk zu pflegen, ist natürlich vollkommener Quatsch, ne. Ähm, das ist ja fast so, als würde man einem Lehrer oder Lehrerin Stundendeputat entlassen, um den Hausmeisterjob zu machen. Das muss Fachpersonal machen, ne. Oder die Tatsache, dass LehrerInnen, wie sieht denn der Arbeitsplatz von einem LehrerInnen aus, ne, das ist im Lehrerzimmer so ein halber Quadratmeter auf so einem Tisch, wenn überhaupt, ne, wo sich die ganzen Klassenarbeiten und Bücher und so stapeln, wo man sich so zusammenrottet, ja, wenn ich, wenn jemand in die freie Wirtschaft geht und der so einen Arbeitsplatz kriegen würde, der würde wahrscheinlich die Firma wechseln, ja, muss man ganz klar sagen. Also, da wird den LehrerInnen auch viel zugemutet an, ähm, Arbeitsplatzausstattung und Arbeitsraum und, und so weiter, ja. Ja, ja, ja. Ich habe letztens, ähm, in einem Podcast den Vorschlag gehört, ich würde mal, gerne mal wissen, was du dazu sagst, ähm, und zwar würde es den, den Lehrerberuf attraktiver machen, wenn man das Arbeitszeitmodell von Lehrkräften dahingehend ändert, dass sie eine ganz normale 40-Stunden-Woche haben, dass, ähm, sie in diesen 40 Stunden dann alles erledigen, vor Ort in der Schule, was einfach ansteht und Lehrkräfte aber dafür alle wirklich auch einen Arbeitsplatz haben, also einen, einen, einen eigenen Raum, ne, das ist einfach nur so ein bisschen utopisch, aber, äh, quasi, indem sie einen eigenen Rückzugsort haben, einen eigenen Schreibtisch haben, also all das, was man braucht für so einen Bürojob, ähm, wo sie eben alles abarbeiten können und dann haben sie dann aber zum Beispiel auch danach dann halt frei. Also, die gehen dann nach sieben, acht Stunden dann nach Hause und haben alles in der Schule erledigt. Das heißt, alle Lehrkräfte sind da, um gemeinsam zu kooperieren, um gemeinsam sich auszutauschen, ähm, um all die Dinge zu lösen, die, ja, einfach anstehen. Und dann war zum Beispiel auch noch die Idee, dass, ähm, Lehrkräfte eben nicht mehr an diese Ferienzeiten gebunden sind, sondern tatsächlich ganz normal 30 Tage Urlaub haben im Jahr. Ähm, dann könnte man halt sagen, okay, man, man, man schraubt diese Zeiten ein Stück weit runter. Dafür sind sie halt auch dann in der Schule, während die Ferien sind und können in dieser Ferienzeit dann eben mit den Kindern, äh, Quatsch, mit den Lehrkräften zusammen kollaborativ dann zusammenarbeiten, Materialien austauschen, gemeinsam ein Curriculum entwickeln, dass nicht jeder selbstständig alleine immer seinen Unterricht plant, sondern dass man so ein Potpourri hat und jeder von jedem so ein bisschen, ähm, lernen kann. Diese zwei Vorschläge habe ich so gerade gehört. Ähm, ich persönlich finde immer noch relativ charmant, glaube ich, die erste Variante, dass es eben diese festen Arbeitszeiten gibt, damit die Lehrkräfte nach hinten raus entlastet werden. Also meine Mutter arbeitet seit 25 Jahren immer noch nach der Schule, ähm, immer noch mal spät in den Tag hinein. Jetzt aber erst mal du. Ich glaube, das müssen wir die Lehrerinnen fragen, wie sie das sehen. Also, äh, aus meiner Perspektive klingt das alles total interessant und gut, ne? Aber hier gibt's schon Kritik im Chat. Ähm, gut, die Ferien sind wichtig zum Krafthangen. Die Frage, also die, wenn ich's richtig verstanden habe, wäre ja das Modell, dass man gar nicht so ausgelaugt ist, wenn's auf die Ferien zugeht, ne? Weil man sozusagen dauerhaft eine niedrigere Arbeitsbelastung hat. Ähm, kenne keine Schule mit Räumlichkeiten, welche Arbeitsplätze, ja klar. Ich meine, das ist natürlich, also in der, in der aktuellen räumlichen Situation nicht umsetzbar, aber die Frage wäre halt, wie wäre es, wenn es umsetzbar wäre? Also wäre das, müsste, wäre das etwas, wo man drauf hinarbeiten müsste? Und also, was jetzt den Arbeitsplatz anbelangt, würde ich sagen, das würde auf, würde, also man muss die Lehre infragen, aber ich würde sagen, aus meiner Sicht klingt das entlastend, ne? Dass man sozusagen einen Ruheraum hat, auch einen Raum, in dem man dann die Eltern empfängt, mit dem man dann spricht und so. Und, ähm, in manchen, in manchen Schulen ist es ja so, dass, dass, ähm, dass nicht die, dass nicht Klassenräume sind, sondern, dass ein Lehrer, eine Lehrerin einen Raum hat, zu dem die Klassen kommen, ne? Also so könnte man das, das Raumproblem vielleicht lösen. Also ich als Lehrerin habe einen Raum, das ist mein Raum und da kommen die Klassen hin zu mir, wenn ich sie dort unterrichte. Und wenn sie, wenn ich niemanden unterrichte, ist halt mein Raum. Dann bin ich dann allein und dann arbeite ich da und kann mich vor- und nachbereiten und so weiter. Das ist, äh, vielleicht wäre das ein Modell. Ja, ja. Ja, also es gibt einerseits halt gerade, ich lese ich gerade so Kommentare wie, ja, das wäre der Shit, dann könnte man abends nichts mehr machen oder eben auch, dass dadurch Flexibilität wegfällt. Ne, dass man eben sagt, okay, ich bin bis 13, 14 Uhr in der Schule, fahre dann erstmal nach Hause, hol die Kinder ab, mach, ähm, Familienzeit und setz mich dann abends nochmal ran. Das wäre ja dann entgegen diesem, ne, von 8 bis 16 Uhr, ähm, Modell. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für viele, vor allen Dingen Frauen eben, ähm, mit, mit Kindern auch wahnsinnig unattraktiv. So sind sie natürlich deutlich flexibler und können sich ihre, ihre Arbeitszeiten frei einteilen. Das sagt doch Kapitän 619 gerade hier, genau die Möglichkeit bieten, mit Kindern, die Kinder mit in die Schule zu nehmen, kleinen Kindern mit in die Schule zu nehmen, beispielsweise. Ja, das wäre auch etwas. Ja. Ja. Jodes sagt, Lehrerraumprinzip gibt es schon und kommt gut an. Mhm. Wohl. Arbeitszeiterfassung für den Lehrerberuf stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor, sagt Runder Kuchen. Ja, genau. Es gibt wahrscheinlich gute Gründe, warum man die nicht erfasst. Yep. Yep. Mhm. Äh, genau. Ich würde mich interessieren, ob die Lehrergewerkschaft da dran ist. Weiß ich gerade gar nicht. Da müssen wir doch nochmal gucken. Müsst doch eigentlich deren Thema sein, oder? Eigentlich schon, ja. Anka, genau. Also ich, äh, das ist, ähm, genau, es ist geschlechtsunabhängig mit der Care-Arbeit, aber trotzdem weiß man, oder das bestätigen alle Studien, dass Care-Arbeit immer noch sehr stark zu Lasten eben der Frauen ist. und, ähm, deswegen gerade zum Beispiel auch mit Blick auf die Grundschulen, wo wir ja hauptsächlich Frauen haben, die Grundschullehrkräfte sind oder Grundschullehrerinnen sind, glaube ich, wird es allein wahrscheinlich schon in den Grundschulen nicht funktionieren, ähm, weil die da eben wirklich sehr hohe Betreuungsarbeit haben und Care-Arbeit. Mhm. Ja, also Admiral Wurst sagt, Urteile sind längst da, äh, bezüglich Zeiterfassung, aber wusste ich nicht, hm? Indisch wusste ich auch gar nicht, ja. Hast du da einen Link oder so? Das wäre mir interessant, ja. Ah, du schreibst es auch, ja. Ja, genau. Ja, genau, also ich wundere mich gerade, dass das sozusagen nicht diskutiert wird oder so, aber, äh, vielleicht wurde es schon diskutiert und ich hab's noch nicht mitgekriegt. Aber es ist zumindest vielleicht schon mal ein kleines Zeichen, dass wir beide nichts davon wissen. Ja. Also das heißt, es wurde eventuell auch nicht ganz so gut medial diskutiert. Aber ich hab mir das mal aufgeschrieben, Arbeitszeiterfassung. Will ich mal nachlesen. Hm. Aber sag mal, Christian, mit Blick auf die Zeit, wie lange wollen wir noch so machen? Also ich weiß immer so, dass bei zwei, nach zwei Stunden bei mir immer so, bei mir immer so meine Konzentration rapide nachlässt. Das spüre ich gerade schon. Ja, genau. Ich merke auch, es kommen jetzt nicht mehr so arg viele Fragen und wir haben auch viele Fragen schon, Kaffee, unmöglich, ja, Kaffee ist natürlich eine Lösung, kommen auch, wir haben auch die Fragen, die im Vorfeld kamen, schon beantwortet, also wir könnten auch langsam Richtung Ende laufen, ne? Mhm. Ja. Ja, finde ich gut. In zwei Minuten haben wir die zwei Stunden voll. Schnittchen, ja, also gerne, Kaffee und Schnittchen. Beim nächsten Mal. Ich trinke ja immer koffeinfreien Kaffee, das hilft ja gar nichts. Ich vertrage an sich auch nicht gut Koffein, also Kaffee geht bei mir gar nicht, das was ich jetzt wirklich für mich entdeckt habe, ist Matcha. Das ist ja so gut, also das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr gut hilft. Ja, ich habe mich koffeinmäßig entwöhnt, also ich habe früher viel Kaffee getrunken, also viel zu viel koffeinhaltigen Kaffee und mittlerweile trinke ich nur koffeinfreien Kaffee und ja, brauche auch irgendwie nichts so zum Wachbleiben. Ja, Ja, geht mir ähnlich. Also wirklich, es ist marginal, was ich an, was ich an Koffein zu mir nehme und das ist auch das Schöne, dass ich keinen Kaffee oder kein Koffein mehr brauche, um morgens wach zu werden. Weil der Körper nicht mehr so abhängig davon ist. Man ist einfach wach und man ist da und legt los. Das ist schön. Genau. Ja. Ja, wird schon hier behauptet, wenn man LehrerInnen wäre, würde man Kaffee trinken. Ich kenne tatsächlich auch LehrerInnen, die keinen Kaffee trinken. Ich überlege gerade. Und die das dann auch immer wieder betonen, dass sie das auch geschafft haben, da resistent zu bleiben. Ja, und München habe ich auch schon gehört mit dem Espresso, aber wenn ich jetzt, egal, wenn ich jetzt Koffein zu mir nehmen würde, dann wäre ich heute Nacht wach. Das geht nicht. Ja, liebe Lisa, hat Spaß gemacht. Hat es. Ich hoffe, ihr auch. Ja, sehr. Und ich hoffe, dem Chat auch. Glaube ich. Und ich fand es auch total schön, dass wir hier so verschiedene Perspektiven im Chat drin hatten. ich glaube, wir haben die Lehrkräfteperspektive gehabt. Ich glaube, wir haben auch schon Leute drin gehabt, die schon etwas länger im Lehrbetrieb sind. Vielleicht Leute, die sich gerade noch dafür interessieren, die komplett gar nicht irgendwie mit dem LehrerInnenberuf in Verbindung sind, aber natürlich trotzdem einfach Meinung haben. Und immerhin, also ich meine, Schule und LehrerInnen, das ist ja für uns allen irgendwie relevant oder relevant gewesen. Ne, eine richtig schöne Facettenbreitheit. Hat mir sehr gefallen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, followt alle der Lisa. Ich poste nochmal die Links hier hinein. Also Instagram und TikTok, durchgängig geiler Content, kann man nur sagen. Vielen Dank. Danke. Ja, und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich kann vielleicht noch Werbung machen für meinen Discord-Server, wenn ihr Lust habt, weiter zu diskutieren. Ich habe jetzt extra in meinem Discord-Server auch ein Channel Lehramt eingerichtet. Wenn wir, wenn ihr noch Fragen zum Lehramt habt und wir weiter diskutieren wollen, kommt gerne in meinen Discord-Channel und dann im Lehramts-Channel, Discord-Server im Lehramts-Channel, dort diskutieren wir über das Lehramt. Logischerweise. Und genau, dort haben wir aber auch noch Mathe-Channels, verschiedene Mathe-Channels und Themen, andere Themen, AI und Didaktik-Channels und so. Also, herzlich willkommen. Alle, zu viele Channels. Ja, ja, genau. Aber man kann nie genug Channels haben. Man kann nie genug Channels haben. Es gibt auch ein Haustiere-Channel, könnt ihr eure Bilder von euren Haustieren posten. Und es gibt ein Games-Channel und ein Memes-Channel. Also, auf jeden Fall rentiert sich's zu kommen. Okay. Das war schön. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir auch. Danke an euch. Danke an den Chat. Genau. Schönen Abend an alle. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.